kurz anpassen war immer diese immer dieser wechsel von von den kategorien ist ja anstrengend warum gibt es nicht einfach die kategorie 24 stunden stream warum warum gibt es warum gibt es die nicht einfach wo ist meine kategorie 24 stunden stream alles klar aber let's go ich liebe dieses video ich liebe dieses video das gute ist auch das ist halt so es ist zwar eine halbe stunde aber es ist so in diese schönen segmente unterteilt wo man was zu sagen kann vor allem weiß ich noch dass ich bei dem ersten glaube ich bei dem ersten glaube ich damals damals sehr vehement widersprochen habe aber ja let's fucking go ne leute denkt dran spoiler für matthew mit haus ist falls ihr mit haus ist ungespoilt erleben wollte ich könnte auch mal spielen glaube ich irgendwann hello viewer take a look at this beautiful l should i footage while i talk about something unrelated since we're at the start maybe i should break the ice by telling you about my personal life in order to endear you to me or maybe i should wait until the end so you're more inclined to subscribe or donate you probably noticed i don't normally make those kinds of appeals but i could if i wanted to i could address you at any point sometimes i kind of do occasionally i use phrases like if you ask me or if you're anything like me where we almost have a dialogue the main reason i do that is because using the pronoun one instead of you sounds a bit strange with my accent one requires a more pompous tone for that to sound natural anyway interacting with you is the point of these videos and yet i usually have a sort of barrier between us as though i'm actually talking to a brick wall or something which is their reality as i record this of course i don't know who you are but this video must be watched to be understood so i know the only way these words have meaning is because someone is there to hear them it's kind of like when you're not sure if you're alone so you go i know you're listening because there's nothing to lose either someone really is there to hear you or else nobody can witness you embarrassing yourself except you of course anyway you could be anyone but at the very least i can say you're listening to me as i speak by now you probably think this is all a bit strange or tiresome but that's only because of the way i've phrased this and how unusual it is for me if i did it more casually and more often you'd think it was normal i'd be a vlogger here's an example of what that might sound like that's the old uh fake throat clearing so you know we switched over to a different style of delivery anyway the thing i wanted to say is i tend to relate everything to games so right now i'm thinking about the intro video to metal gear solid 2 you know it opens up with all these historical ways that information has been recorded you know writings or carvings or that whatever else and then it contrasts that against stuff like double helixes and code and chemical diagrams so you end up with this impression that basically everything is information when you break it down enough of course one of the themes of the game is how humans have this ability to interpret information or choose which information we pass on from one to another which is basically what we're doing right now see that wasn't so weird was it ahem here's a dirty secret about creativity meta is meta might just be the easiest thing you can do actors spend their whole careers resisting the urge to look at the camera going meta just means giving in to those natural temptations meta might seem clever as deep as an endlessly recursive hole but i think it's more like an infinity mirror surprisingly easy to set up and gives the illusion of depth by just reflecting back on itself that perceived cleverness makes meta a highly prized gimmick which means if you want to min max the effort to pay off ratio there is no better way than meta assuming you're at least i mean i find the good self awareness by the him by the segment but i can einfach also i can zustimmen aus dem punkt heraus dass wenn wenn du meta einfach nur ähm bezeichnis als du äh du du quasi acknowledge dass ne dass das leute da sind und sprichst direkt in die kamera und referenzierst dich irgendwie selbst und sonst was so klar das ist es ist nicht schwer irgendwie dass der charakter sich umdreht und in die kamera guckt und die ähm und und die 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 zuschauer oder spieler oder sonst was eben eben anschaut klar das ist nicht schwer aber das ist halt auch so das ist halt die faulste form von meter dann kannst du sagen alles ist einfach alles ist einfach wenn du es auf die simpelste form reduzierst wenn du es in der der einfachsten form machst wie es nur geht weil ja dieses intro ist meter aber selbst das zeigt ja dass du es unterschiedlich machen kannst dass du eine gewisse art von ähm von self awareness zeigen kannst die halt trotzdem noch ein bisschen idee braucht das halt gut umzusetzen dass es dann eben als thematisch für das video als aufhänger irgendwie ziehst dass du diesen diesen wechsel zwischen den beiden beiden formen hast dass du eben auch dann so vielleicht ein bisschen hinterfragen lässt was ist dann wie ist etwas tatsächlich irgendwie self aware genug gemeint was irgendwie alles noch noch meter sein kann weil ja eigentlich alles was du in in self awareness in den text reinpackst kann ja kann ja an sich sich meter sein also das ist ja das ist ja so viel mehr als einfach nur die vierte wand durchbrechen und und wie du es eben machst und wie du das umsetzt und wie das dann eben auch zum text gehört also wo du ja meter sachen haben kannst die die etwas die dem die dem werk sei es dem film dem spiel oder sonst was eine ganz andere ebene hinzugeben ohne dass die die eigentliche erfahrung gestört wird weil oftmals ist es ja dann so dass okay wir sind jetzt einfach ja wir sind self aware meter aber wir machen nichts damit oder wir sagen einfach nur wir sind self aware und dann machen wir einfach trotzdem nur das gleiche ohne es irgendwie abzuändern und deswegen finde ich es halt so ein bisschen seltsam in dem in dem segment zu sagen dass es so einfach ist weil du nimmst dann irgendwie auch so zeigt metal gear und kojima hat sowohl meter sachen drin die halt super plump sind als halt auch so meter sachen die 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 sehr sehr interessant sind zum beispiel nur halt du kannst du kannst und da gibt es auch ein interessantes interessante videos du kannst beispielsweise pt vollkommen lesen als kojima ist self aware und nutzt dieses spiel um das was ihm auch bei konami passiert ist in dieses spiel einzuarbeiten was auch vollkommen meter ist aber das spiel funktioniert trotzdem so auf auf seiner ganz normalen ebene und du musst ja erst anfangen da da rein zu steigen und dich dadurch zu arbeiten und halt diese diese ganzen punkte keine ahnung ob das halt stimmt aber du kannst es definitiv so es sind genügend anhalts sind genügend punkte da dass du es eben so lesen kannst wenn das dann sagt ja das ist halt absicht gewesen dann wäre es eine punkt von eine funktion von 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 meter die halt sehr sehr gut aber auch sehr schwer umzusetzen ist das ist halt dieses so ja of course sachen sind sachen sind einfach wenn du sie in der einfachsten form umsetzt das ist so als wenn du sagst dann ein jumpscare ist einfach umzusetzen ja ist es auch so du kannst jederzeit einfach irgendwie ein lautes geräusch oder sonst was irgendwie einbauen aber sowas gut einzubauen ist natürlich dann umso umso schwerer also ich würde eher sagen so es ist sachen die das problematische ist eher dass dinge die so einfach umzusetzen sind also das wo ich ja zustimmen ist du hast du vielleicht low invest high return oder beziehungsweise was die möglichkeit da drauf du kannst halt irgendwie leiten leichten meter joke oder halt irgendwie leicht metamäßiges einführen und es kann einen sehr großen payoff haben ohne dass du wirklich halt viel arbeit reingesteckt hast dass das auf das auf jeden fall aber es ist halt auch etwas das super einfach umzusetzen oder das halt schnell als krücke benutzt werden kann aber eine gute umsetzung vielleicht gerade deswegen und weil halt gerade meter sachen die die zuschauerschaft wächst ja mit mit der erfahrung und was eben irgendwie meter ist und was du irgendwie machen kannst und das heißt es wird halt mit der zeit immer immer schwieriger meter gut umzusetzen und immer immer einfacher ist scheiße und und billig umzusetzen ich glaube das ist eher so dass das interessante an dem ding und halt diese keine ahnung ich habe es damals beim ersten mal zwischendurch noch jetzt immer noch die reaktion ich finde ich finde das ist halt eine überraschend also gerade für ihn überraschend plumpe aussage irgendwie weiß ich nicht ja dieser kommentar ist einfach ja dieser kommentar ist die somewhat interested in game design which is hopefully the case if you're watching this then i'd like to take this opportunity to encourage you to play an idler like cookie clicker here for at least an hour or two don't worry i'm not going to sit here and tell you they're hidden gems or anything but they do illustrate a point about game design in general if one were to ask me clickers bear the most resemblance to the rpg genre play something like final fantasy or diablo and a large part of the appeal is finally reaching that next level you've been anticipating things tend to be measured in experience points with little bars displaying progress you can grind towards somewhere along the way these elements which used to be exclusive to rpgs began to migrate outwards slowly permeating everything at this point that assimilation seems more or less complete now many games have something similar level up to increase your damage or get a new loot box or just so your icon will look a little more fancy in some cases these leveling systems don't even affect the gameplay at all which leads to the question of why they exist in the first place the answer is pretty obvious people used to play quake 3 all the time just because they enjoyed it it didn't need anything else to keep them hooked now if we imagine two identical versions of quake happen to release on the same day one with a progress system and one without it's easy to guess which one would win a larger player base even if both audiences were still small while some players won't care about the difference others will be drawn to the progression system in which case that version has a greater chance of surviving while the more minimalist one fades into irrelevancy economics fuel much of this problem with a progression system comes unlockables and with unlockables comes micro transactions to acquire them immediately that income can be used to extend development updating the game with more content providing a feedback loop of success this probably doesn't come as a surprise to you but there's a more sinister way of thinking about it which you may not have struck upon yet in a sense games are evolving to exploit us even if no individual person agrees that progression systems are a good thing they tap into a simple desire we all have to one degree or another if you're a fan of the metal gear series then i don't have to explain the true meaning of the word meme to you but for everyone else a quick rundown the basic premise is that ideas are a little like genes successful ones get passed down to future generations while unsuccessful ones disappear keep in mind this doesn't mean the idea is beneficial or detrimental to humanity just that it perpetuates itself somehow progression systems could be seen as a successful meme which will be difficult to eradicate ironically even the metal gear series itself fell prey to this particular trend now that most games have something like this it's hard to envision how another game can compete without it even if you create something enjoyable enough to survive without this meme someone else can come along create a clone of your game slap a progression system on it and steal your audience much like clickbait it's a selection pressure that will seemingly never go away anymore if one were to ask me that doesn't excuse developers or critics who rely on such tactics but it's a reality we need to confront sooner or later on paper wouldn't we all agree that getting better at a game yourself is much more rewarding than pretending you've gotten better by unlocking more upgrades it's worth examining whether your behavior aligns with your answer to that question this is why playing an idler can be beneficial because there's few better ways to break the spell than to confront the absurdity of it all after you've baked a billion cookies per second killing a skeleton for 25 XP doesn't hold quite as much significance despite how it might seem at times games aren't the shit you pick up while you play them the actual game is what happens in between those moments when you recognize that just clicking on a cookie and watching the number increment can be enjoyable you recognize that there's something exploitable about the way many of us are wired as a species we have these collective weaknesses and now more than ever games are tapping into them so either you make a conscious effort to push back or get rolled over like so much squash dough around the time this is oh god this is that is so a thing where you can't believe that you can't think that you can't do anything but you can't do anything but you can't do anything but you can't do anything the whole thing where you can't do anything but you can't do anything but you can't do anything but you can do anything like that it's not the same thing where you want to do anything but you need to be able to go there irgendwie damit alleine stehen. Und dann halt wirklich das so, ja, okay, dann kommt jemand vorbei, kopiert das und macht eine Progression-Bar obendrauf. Und ich find's einfach, ich weiß nicht, also diese Progression-Bar find ich nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste find ich einfach nur, was diese Progression-Bar in den meisten Spielen dann eben bedeutet. So, wenn ich einfach nur aufleveln würde quasi, in den neuen Assassin's Creed-Spielen, wenn ich einfach nur aufleveln würde und ich würde vielleicht kosmetischen Kram oder sonstigen Scheiß oder sonst was dafür kriegen, dann wäre mir das, glaube ich, vollkommen egal. Und es wäre drin und vielleicht würde ich es sogar positiv empfinden. Weil, oh, es passiert ja zwischendurch was und ich kriege etwas. Nichts, das mir irgendwie das Spiel an sich ruiniert. Aber das Problem ist, dass ja, je mehr das dann irgendwie reingekommen ist, desto mehr muss das dann auch an das Spieldesign gebunden werden. Oder beziehungsweise, um Leute dann irgendwie zuzubringen. Und dann kommt dieser ganze Nummernscheiß hinzu. Und dann kriegst du halt die Sachen, na, dann hast du deine Ausrüstung, die da hinkommt. Dann hast du dein Level, der da hinkommt. Und dann kriegst du erst bestimmte Fähigkeiten später. Und kannst dir auch nicht so zu 100 Prozent aussuchen, wie du dann irgendwie bekommst. Und dann ist das ganze Spiel auf einmal an diese Progression gebunden und zieht sich irgendwie wie so ein Kaugummi. Und du hast gar keine Möglichkeit, es anders zu genießen, weil es unmöglich geworden ist, einfach nur der Hauptstory zu folgen und die Hauptmission zu machen. Und du bist gezwungen, zumindest auf eine gewisse Art und Weise, mit diesem kompletten Scheiß zu interagieren, selbst wenn es dich nicht interessiert. Diese ganze Cookie-Clicker-Ebene ist halt so, das habe ich wirklich bei mir gemerkt. Ich habe, was war das? Forager habe ich gespielt. Forager ist an sich auch so eine Art Idol-Cookie-Clicker-Game, wo du deine Inseln hast und dann baust du da Sachen hin und die spucken halt Ressourcen nach einer gewissen Zeit aus. Und du kannst dann rumgehen, die Ressourcen aufsammeln, mit denen kannst du mehr bauen, mehr Ressourcen kriegen, die du permanent aufsammeln kannst. Und du baust dir selber deine eigene riesige Feedback-Loop. Und es gibt auch keine wirkliche Möglichkeit, in diesen Spielen zu versagen. Du hast halt nur Möglichkeiten, sie mehr zu optimieren, dass du schneller ans Ziel kommst. Und ich habe halt bei mir, als ich Forager gespielt, wirklich gemerkt, ich habe einfach diese ganze Woche, bis ich das 100% hatte, nichts anderes gemacht. Ich habe auch so neben der Arbeit meine Xbox laufen lassen und zwischendurch auch in Meetings, bin immer wieder drangegangen und ich wollte einfach nur fertig sein. Ich wollte einfach nur fertig sein, dass ich das irgendwie loslassen kann. Und deswegen spiele ich den Kram auch nicht, weil ich genau weiß, dass ich so von diesem, halt nicht wirklich das Cookie-Clicker-Ding an sich, aber bei mir ist es halt dann wirklich 100% Dinge irgendwie zu machen und fertig und abzuschließen. Und dadurch, dass es halt bei diesen Klicker-Spielen so einfach ist, weil alles, was du, du musst sie ja nicht mal spielen, du kannst dir sie im Hintergrund laufen lassen, um 100% zu machen. Ich muss mich ja nicht aktiv da hinsetzen, um was zu tun. Und das heißt dann, dadurch, dass ich sie im Hintergrund laufen lassen kann oder so, ist halt, weil wenn ich normale Sachen grinde, dann ist bei mir irgendwann dieser, irgendwann ist halt spätestens dieser Moment erreicht, wo ich dann sage, okay, es bringt nichts mehr. So, ich muss halt so viel Zeit investieren, um irgendwas rauszubekommen, um 100% zu kriegen, um noch ein neues Item oder so zu bekommen, dass ich da abbreche, dass ich dann merke, das ist für mich die Grenze. Aber wenn ich es im Hintergrund laufen lassen kann und es zumindest eine gewisse schnell, zum Beispiel Cookie-Clicker ist auch etwas, das habe ich mal ausprobiert und dann ist es so, ja, ich weiß, es gibt kein Ende richtiges. Du machst halt dann nochmal neu, neu, Prestige-Level, bla, 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 unendlich. Es gibt nicht wirklich diese 100% und dann wird es irgendwann, ja, ich habe alles gesehen vom Spiel und dann mache ich es halt aus. Das merke ich, dass bei mir diese Grenze da ist. Aber so Clicker-Games, die, wo ich eine 100% erreichen kann und da merke ich halt wirklich, dass das sehr extrem, extrem zieht. Aber es braucht diesen Idol-Faktor. Es braucht diesen Idol-Faktor. Weil das, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, ist Vampire Survivor. Ich habe das letztens mal wirklich gespielt für ein paar Stunden und ich habe null Interesse, dass, ich habe keine Ahnung, wie Leute da 100 Stunden oder so reinballern können, weil das so monoton ist. Und dann auch noch ewig, was ich zum Beispiel hasse bei Vampire Survivors, dass ich nicht überspringen, dass ich die Animationen von den Kisten nicht überspringen kann. Zumindest habe ich dafür keine Möglichkeit gefunden. Jedes Mal, wenn ich eine Kiste, also du willst die Kiste auf, du kriegst Sachen und dann muss ich halt immer diese Animationen und dann, wenn ich mehr kriege, dauert die Animation länger. Und ich bin so, das ist das Gegenteil von dem. Ich will einfach nur weiterspielen. So, ich mag an sich diese Power-Fantasy, aber dann habe ich diese Power-Fantasy zweimal, dreimal gemacht in den Leveln und dann bin ich so, okay. Und wenn ich wieder ein Level anfange, dann fange ich wieder bei null an und muss halt warten, bis diese Power-Fantasy wiederkommt. Das ist so das Gegenteil in dem Musso. Wenn ich im Musso aufsteige, dann gehe ich ein Level rein, dann bin ich direkt auf Max-Level und knatsche alles um. Aber das Vampire Survivor funktioniert bei mir halt überhaupt nicht. Aber ja, ich glaube, aus der Perspektive ist es halt wirklich interessant zu sehen, für einen persönlich, so wie man auf bestimmte Titel reagiert, wie man auf bestimmte Progression-Sachen reagiert, und vielleicht auch so für sich selber herauszufinden, was ist eigentlich wirklich der Kern da dran, der mich interessiert. Weil an sich stimme ich auch vollkommen zu, dass selber in etwas besser zu werden wesentlich interessanter ist. Es ist halt nur schwerer. Ich bin da gerade auch dabei, für Patreon nochmal ein Video zuzumachen, auf dieses Veritasium-Ding einzugehen in Bezug auf Spiele. Aber wenn du halt in etwas besser werden willst, diese vier Faktoren, die in dem Video genannt werden, und eines davon ist es, dich eben kontinuierlich in den unangenehmen Bereich zu reinzugehen. Du musst halt, um besser zu werden, kontinuierlich deine Grenzen überschreiten. Und halt in einem Bereich agieren, der out of reach ist, wo du permanent nicht, also wo du zwar ganz okay bist, aber Probleme hast. Und da musst du dich permanent reinbegeben und immer und immer wieder, um besser zu werden. Und das ist halt, gerade wenn du einfach so spielen, einfach nur als Pastime, okay, ich will einfach nur entspannen, ich will mich irgendwie briseln lassen oder sonst was, dann ist es natürlich natürlich nichts, was du willst. Das heißt, ich finde es auch, ich habe Phasen, wo ich halt gerne irgendwie, okay, da will ich jetzt drin besser werden und jetzt gefordert werden. Und dann habe ich Phasen, ich will jetzt einfach ein Spiel spielen, was ich kenne. Was ich schon tausendmal gespielt habe, so dieses 30, 20, 25 Minuten Aladdin 100% durchspielen. Und manchmal willst du einfach nur so irgendwie Musse und aufleveln oder so und sonst was. Da habe ich natürlich auch meine Spiele. Aber so Cookie Clicker funktioniert bei mir nicht, einfach weil ich das in bestimmten Punktspiele bis ich gefühlt gesehen habe oder weiß, ich muss jetzt so und so lange warten, bis das nächste kommt und dann habe ich ein völliges Interesse. Aber die Dinger, die so auf so 15, 20 Stunden und dann eine kontinuierliche Progression haben, wo immer wieder was Neues kommt, wie so Forager. Das war wirklich, oh mein Gott, das ist schlimm für meinen Kopf. Das hat mich nicht losgelassen. Alles klar, wir fuhren vielen guten Appetit übrigens schon mal. Das kann man mit Escape, oh mein Gott, warum sagt das Spiel das nicht die ganze Zeit? Aber ich habe trotzdem keine Lust darauf. Ich drehe mich halt im Kreis die ganze Zeit. Ich führe keine Aktionen aus. Ich treffe keine Entscheidungen wirklich bis auf ganz am Anfang. Es ist einfach so braindead, das Spiel. Dass ich so, ja, ich finde, es lohnt sich, da mal reinzugucken und irgendwie ein bisschen mal so ein paar Levels zu machen. Aber ich bin so, warum sollte ich jetzt immer und immer wieder dasselbe machen, nur damit ich Geld bekomme, damit ich mir mehr Sachen kaufe. Weil das Spiel hat null Skill. Du gewinnst nicht durch Skill in diesem Spiel. Du gewinnst in dem Spiel, in dem du, oh, da ist jetzt eine neue Challenge. Ich muss jetzt grinden, die alte Challenge, bis ich in der neuen Challenge gewinnen kann. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich dann halt, wenn das so lange dauert, dann wenn da nichts dazwischen ist. Weil bei einem RPG habe ich ja noch so, da habe ich die Handlung dazwischen und irgendwas Neues und Entscheidungen, die ich noch treffen kann. Und das muss halt ein gewisses Maß haben. Wenn ich dann zu sehr, zu viel, wenn ich das Gefühl habe, ich muss zu viel Zeit irgendwie mit Grinden zwischenher verbringen. Aber selbst da ist es dann, ach, okay, ich will den Endboss schaffen. Und deswegen grinde ich jetzt. Aber mit Vampire Survivor ist, ich grinde nicht, damit ich irgendwie eine Herausforderung schaffe, sondern damit ich in den nächsten Level komme, um weitere Sachen grinden zu können. Und du grindest, um weiteres Grinden freischalten zu können. Nicht, weil irgendwie ein Storypunkt oder irgendwie was Cooles oder sonst was. Und du grindest einfach nur, um weiter grinden zu können. Und das ist so das Ding, wo ich dann, wo ich halt vollkommen raus bin. Aber ich kann auch, ich kann auch zum Beispiel nicht verstehen, warum Leute, wenn sie jede Herausforderung in einem Diablo geschafft haben. Du hast es auf den höchsten Schwierigkeitsgraden gemacht, du hast es von mir aus auch im Permadeath-Modus gemacht. Und dann spielen die Leute das einfach weiter, um besseren Loot zu finden, damit du halt einen höheren DPS hast. Dann bin ich so, wofür habe ich denn diesen DPS? Wenn es nichts gibt, wofür ich den brauche. So, das ist so, keine Ahnung, das ist so, ist das das, ist das das, 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 das Denken oder ist das das Gleiche, was irgendwie komische Millionäre und Milliardäre haben? So, ich habe genug Geld, um mir alles zu kaufen, aber ich brauche jetzt einfach noch mehr Geld. Ist das einfach Real-Life-Diablo? So, Bankkonto erhöhen, ist einfach nur DPS-Wert hochfahrend. Darf ich mal was anmerken, wie schrecklich Matthews Stil in diesen Mikrovideos ist? Einfach mehrere Punkte, die nicht miteinander zu tun haben, ohne irgendeine Form von Überlegung direkt aneinander so schwer zu folgen. Also, in dem, in dem Sache hat es, also, die, zum Beispiel, Mega-Mikrovideos 2 geht alles über Sequels. So, das hat eine, das hat eine Throughline. Die, die Punkte sind auch ineinander gebunden, dass sie, dass sie zumindest irgendwie, halbwegs, finde ich, zusammenpassen. Du hattest halt vorher, du hattest hier als Beispiel Metal Gear Solid 2 genommen und hast dann im vorigen Teil extra Metal Gear 2 aber schon mal eingeführt. Dass du das schon so quasi, ah, jetzt habe ich schon mal bei Metal Gear, äh, Metal Gear 2 ein bisschen nachgedacht. Und auf der anderen Seite sind halt Micro-Videos, die zusammen. Es sind kurze, kleine kurze Videos, als wenn du die in einer Playlist hintereinander gucken würdest. Ich finde das total geil. Das sind, also, das sind die drei Sachen, die er da gemacht hat, sind meine Lieblingsvideos. Weil ich die dann auch nochmal durchgucke viele interessante, kurzgepackte Gedanken, äh, Ansätze und Punkte präsentiert. Liebe ich. Boah. Das ist ganz witzig mit den, aber die Synergieeffekte ist halt auch alles so, keine Ahnung, das, das ist, das, das ist, ja, okay, ich schalte halt Dinge frei und dann packe ich die zusammen und dann mache ich halt mehr Wumms und ich weiß es nicht, ich, 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 ich habe halt so Vampire Survivor und dann kann ich halt EDF spielen und bei EDF ist es halt wirklich, ja, ich grinde auch so ein bisschen Sachen und werde halt, kriege mehr Lebensenergie, kriege bessere Waffen, aber es ist der Skill, der immer im Vordergrund steht und es ist immer so meine, okay, welche Waffe ist hier die beste, was ist die beste Taktik für den Gegner, wie kann ich mich auf dem, auf dem Feld hier, ähm, möglichst gut bewegen, die ganzen Level sind unterschiedlich, äh, die Gegner verbrauchen teilweise wirklich unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Ansätze und Taktiken und je nachdem, was die da für Zusammensetzung haben und wie das Terrain ist, ist es eben unterschiedlich und dann kann ich einfach so, dann kann ich halt ein Spiel, was an sich mir auch eine Power Fantasy geben soll, dann kann ich einfach, da bin ich, ja, da spiele ich lieber Musso, da spiele ich lieber etwas, wo ich aktiv, wo ich aktiv einen Charakter wirklich auch nicht nur bewege, sondern die Attacken auch steuere, äh, und dann das selber ausführe zumindest, dass ich so selber noch Tasten drücken kann und das ist so bei Vampire Survivor, ich hab's ein bisschen gespielt und ich merke, ah, so am Anfang, am Anfang zieht's die ersten ein, zwei Stunden, weil du hast eine schnelle Progression und dann gehst du von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt und dann hast du, hast du einen Moment, wo es sich immer weiter auseinanderzieht und wo du dann auf einmal merkst, oh, so viel Zeit muss ich investieren, um Sachen freizuschalten und die, die, die Punkte zwischen dem Freischalten werden immer, und dann bin ich so, I'm out. So, wenn Vampire Survivor ein Zehn-Stunden-Spiel wäre, in dem du einfach die ganzen Dinger hin und her hintereinander so freiballern würdest, dann hätte ich's wahrscheinlich durchgespielt, aber so bin ich dann einfach, bin ich einfach raus und hab null Interesse da dran. Ich glaub, das ist das richtige Mindset für so ein Spiel, damit man, damit man ehrlich gesagt, die Zeit damit nicht verschwendet. Das ist eher meine, das ist eher meine Ansichtssache. Ich find nichts nerviger, als die Progression in den ganzen Survival-Crafting-Spielen und ich bin so froh, dass ich diesen ganzen System nicht abgewinnen kann, wie einfach die Zeit. Aber ich mein, Crafting ist halt auch noch mal so ein bisschen, so, wenn du wirklich, ich will halt Factorio nicht, 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 nicht kaufen, weil der Typ halt einfach so ein Arschloch ist, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Factorio, das würde für mich funktionieren, weil das halt diese, ich überlege, wie ich Sachen optimieren kann und wie ich halt richtig so eine Maschine baue, die zusammen funktioniert, weißt du, so ein bisschen wie Infinifactory, aber so normales Crafting, ich renne rum, um Sachen zufällig zu finden und dann muss ich Wikis durchlesen, um zu verstehen, wann das spawnt und wie dieser Gegner mit der Sache am besten getötet, weißt du, einfach Wikispiele, das kann ich nicht, ich kann Wikispiele nicht spielen, deswegen funktionieren auch die meisten, fast alle Roguelikes nicht für mich. Binding of Isaac ist ein Wikispiel. Binding of Isaac spielst du mit einem Wiki. Enter the Gansion spielst du mit einem Wiki und das sind einfach keine Sachen, die ich persönlich irgendwie interessant finde. Also nichts dagegen, wenn man das mag, aber das ist so, das habe ich halt wirklich gemerkt. Und diese Crafting-Sachen sind immer Wikispiele. Echter Victoria gerade erst gekauft. Ja, ich habe das auch erst, ich habe das zum Glück erfahren, bevor der 1.0 Release war, weil ich keine Spiele im Early Access kaufe, bis auf so ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie jetzt, ich glaube, Vampire Survivor, weil es einfach einen Euro gekostet hat und ich war so, okay, es ist gerade so ein Phänomen, dann muss ich zumindest mal reingucken. Danke für den Kaffee. Ja, was hältst du von, ich meine, du bist ja, du spielst ja Cookie-Clicker seit fünf Jahren, gefühlt. Wie lange ist dein Tab auf mit Cookie-Clicker? Man kann ihn schließen. Der ist aber immer auf, oder? Der ist gerade nicht offen. Nee? Nein. Aber wie lange hast du dieses eine Cookie-Clicker-Spiel am Laufen nebenher? Machst du da eigentlich aktiv, ist das dann so weit, wie du bist, dass es einfach noch läuft und zwischendurch machst du mal? Ich mache es zwischendurch mal auf. Und dann klickst du irgendwie was und dann gehst du, und dann machst du es wieder zu, ne? Ich gucke da manchmal auf den, still want a game? Yes. Und dann schließe ich nicht. Ah. Wunder mich, dass du, dass du Isaac nicht mehr spielst, dass du, dass du hast, dass du früher so sehr häufig. Ja, weil das auch, weil mein MacBook dann immer so. Ja, weil jetzt kann ein MacBook das ja problemlos spielen. Trotzdem wird einfach heiß. Ja? Aber ich meine, du könntest es auf der, auf der Playstation-Runden spielen. Ja. Ich spiele es aber auf VSD. Ja, okay, das kann ich, das kann ich, aber wird der Laptop selbst, also auch das, das aktuelle MacBook, das wird bei, das wird bei Binding of Isaac warm? Ah, okay. Deswegen, ich glaube, du, ich glaube, du hättest Spaß an Vampire Survivor. Du musst einfach nur WASD und die Attacken werden automatisch ausgeführt und Dinge, Dinge explodieren. Was nächstes möchte ich hören, weil ich hab... Trombone Champ. Trombone Champ. Ja, das hab ich noch, das hab ich noch installiert. Das hab ich ja durchgespielt. Und dann war ich so, ja, it's a shit Rhythm Game. Aber bei, genau, bei Trombone Champ war das nämlich genauso. Da hab ich dann gemerkt, um das nächste, um die nächste Sache freizuschalten, brauch ich immer nur so ein ganz kleines bisschen. Also hab ich das noch gemacht. Und die Zeit, um die Kampagne durchzuspielen und die ganzen Sachen dafür zu grinden, ist halt insgesamt vier bis fünf Stunden. Und das ist so der Zeitrahmen, wo es für mich funktioniert. Vor allem, weil du zwischen den Punkten, zwischen den Punkten eben immer wieder was freischaltest. Das ist es wirklich, wenn ich immer so die, wenn die nächste Sache, die ich machen und freischalten kann, nah genug dran ist, dann bin ich immer noch so, okay, das noch und das noch und das noch und das noch und irgendwann hab ich das dann 60 Stunden gespielt. Oder beziehungsweise, was war das? Sonic Forces 30, 40 Stunden 100 Prozent gemacht, weil ich so, ja, ich mach nur die Collectibles. Dann hab ich die nächsten Collectibles freigeschaltet. Ja, dann kann ich ja die nächsten Collectibles auch noch machen. Und dann schalte ich nochmal Collectibles frei. Ja, dann kann ich ja auch noch machen. Ja, jetzt fehlen mir ja nur noch die Ringe farmen. Jetzt hab ich schon 30 Stunden gespielt, jetzt kann ich auch noch vier Stunden Ringe farmen. So. Bei mir ist es schlimm, wenn einfach ein Punkt zum nächsten führt. Aber sobald, sobald ich irgendwie merke, ich brauch sofort 100 oder 200 Stunden oder, ähm, ich schalte am Anfang viel frei und hab Progression und dann zieht sich das wie ein Kaugummi, dann bin ich sofort raus. Dann ist es wirklich, dann spiele ich es nicht mal mehr durch. Dann bin ich einfach, okay, bye, I'm out. Ich hab nicht gesagt, dass Sonic Forces keine Zeitverschwendung ist. Das ist nicht so, dass ich das, dass ich das empfehle oder sage, ja, das war gut investierte Zeit, Björn. Komm, wir eine halbe Stunde wieder zurück, sieben Minuten vom Video sind vergangen. Mach die restliche Zeit jetzt mit dem Video. Das geht ja, wenn du, wenn du mich die ganze Zeit jetzt so bockst. Aber ich meine, das ist halt ein Punkt, da kannst du, da kannst du halt einfach die ganze Abhandlung drüber schreiben. Halt wirklich. Good for you. Ja. I do not care. To be very honest. Ich gucke mal runter und gucke, wer mir meinen kommt. Kannst ja mal jemand aus dem Chat fragen, ob die Person vorbeikommen will, um dir einen Kaffee zu machen. Aber vielen Dank, der ist ja lecker. Ja. So ist das. Ich mache leckeren Kaffee. Ja, du machst leckeren Kaffee. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Kies. Kies. Alles klar, love you. Dann, ja. Also wie gesagt, falls du irgendwas anderes als das Curry haben willst, sag einfach Bescheid. Ich habe das Handy hier liegen. Ja. Wenn du jetzt Schlaf hier machst, dann bist du, dann komme ich nach dem Stream runter und wecke dich auf. Ja, genau. Ich war gerade 20 Minuten weg, und habe das Video nicht eine Sekunde weiter geschaut. Ja, ich meine, die Micro-Videos sind halt so gut, du kannst ein Segment durchgucken und dann darüber reden. Deswegen. Und das ist halt ein, da kann ich, da könnte ich einfach jetzt Leute in den, in Discord reinholen. Weißt du, ich könnte jetzt einfach, das ist ein Punkt, ich könnte jetzt Siad in Discord reinholen und mit ihm einfach drei Stunden darüber reden. Problemlos. Und ich glaube, er auch. Klarity. Natürlich, Comments arrived, saying it would be great if I reviewed Hollow Knight next. This wasn't a surprise, but I had already considered the idea and decided to do these two instead. In fact, that video began its life as a comparison between many different Metroid-style games. It's a subgenre I'm very familiar with and I played even more of them as research, but in the end, it came down to just Axiom Verge and Station Alpha because to me, they represented two ends of a spectrum. If you imagine Super Metroid somewhere in the middle, it's obvious that Axiom Verge is more about doubling down on the discovery element of that game. You get weird new skills, see weird new places and never really know what's going to come next. By contrast, Station Alpha is more straightforward, but it offers a better challenge, which enhances the feeling of being dropped into a harsh alien landscape while struggling to stay alive. If you watch my comparison, you'll see there's more nuance to both games, but that's about the gist of it. Hollow Knight falls much more firmly into that second category. It doesn't have any groundbreaking skills or reveals, but it does have a close-range weapon which is used to fight a lot of good bosses. It's not as though there's nothing more to be said about Hollow Knight. The map system in particular is noteworthy. While there might be some better iteration on this idea waiting to be discovered, it's nice to see a developer address the problem of players spending too much time staring at a map rather than the actual contents of the world. This is something I'd be happy to see exported to other entries in the genre. Conversely, while I'd be perfectly fine without any RPG elements in these games, I think the charm system presented a reasonable enough middle ground. It offers meaningful options without a bunch of boring number crunching or excessive menu use. On the whole, I think Hollow Knight's appeal lies mostly in being less bad rather than more good, which is fine, but doesn't make it a great example for exploring the genre conceptually. There's always more to say about any given game, but my point is these videos have never been about telling you what to think, and I hope they're not just about what I think either. They're supposed to be an exploration of what makes games work one game at a time. The reason I've historically focused on individual titles is because I believe an identical mechanic might be beneficial in one, but detrimental in another, even if those two games seem similar on a surface level. No matter how popular certain trends might be, there's always an opportunity for a phenomenal game to come along which flouts convention. I'm not sure an exceptional game has ever been made just by following a blueprint. Preconceptions about good game design or bad game design are just shortcuts which happen to arrive at the correct answer more often than not. This is why a good test requires you to write down your process along with the answer, because you can't be sure you'll get the next one right unless you know how to derive the solution. Leveling up your intelligence is good, but make sure to put some points in wisdom as well. The witness... Oh boy, das ist wieder so viel. Oh, wir finden Super Metroid Superior. Ja, ich weiß nicht, warum er fast nicht Super Metroid irgendwie genommen hat im Gegensatz zu Station Alpha. Vielleicht weil auch das Spiel einfach sehr... Ich nehme... Kann auch einfach sein, weil das Spiel auch visuell sehr minimalistisch ist und Axiom Verge halt sehr in die Vollen geht. Also so maximal auch die Kamera rausfährt, damit die Stages irgendwie besser zu sehen sind und die ganzen Bosse. Aber, oh Gott, auch wieder... Das ist halt ein Video, wo es halt wirklich Spoilers für Matthew Matos ist, wo er so... Darum geht's in meinen Videos. Author... 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 Doch, nee, Author... Nee, Author... Also, was der Autor irgendwie davon damit aussagen will oder halt durchbringen will. Ähm... Deswegen der Spoiler plus eben noch der Spoiler auch aus dem Video für Joe Video, was ich einfach allen nur empfehlen kann. Holy shit, das ist so gut. Genau wie das DMC-Video. Holy fuck. Das sind, glaube ich, auch noch die beiden besten Videos, die auf YouTube existieren, was so Spieleanalysen betrifft. Ähm... Aber der... Oh Gott, wo fang ich gerade an? Ähm... Genau, weil das ist auch so eine Sache, die ich halt auch bei Videos teilweise habe. Wo du dann nicht einfach nur guckst, okay, ich will jetzt über ein bestimmtes Spiel sprechen, sondern was ist der Zweck? Was will ich mit dem Video irgendwie aussagen? Und wäre das vielleicht besser, in ein anderes Video zu packen? Ist es... Ist es zum Beispiel auch... Lohnt sich die Serie Titel für Titel durchzugehen? Oder wäre es besser, als Video das in eines zu packen? Ist es... Ist es viel interessanter, das als ein Video, äh... Auch zum Verständnis, ne? Weil wenn du zum Beispiel so die Zelda-Serie durchgehst, ich glaube, da ist es wesentlich besser, die Spiele einzeln zu betrachten, als solche. Und dann vielleicht immer wieder zu vergleichen und zu dem, was du vorher schon mal gesagt hast, bei den alten Titeln zu nehmen. Ähm... Aber zum Beispiel, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, eine feste Videoreihe bei Tony Hawk zu machen. Ich meine, ich habe das so gemacht, dass ich auf dem Zweitkanal ein bisschen darüber rede, auf Patreon, um... Damit ich halt auch, ne? Die ganze Zeit, die da reingesetzt wird, zwischendurch ein paar mehr Inhalte machen kann. Also leichter Content produzieren. Aber ich habe mich dazu entschieden, kein separates Video zu den ganzen Spielen zu machen, sondern A, weil sie halt teilweise sehr samey sind und B, weil das Interessanteste an Tony Hawk innerhalb der ersten drei, vier Spiele gesagt ist. So, dass... Dass die Grundlegende, was die Spiele ausmacht und was daran gut funktioniert und weil sie danach nichts mehr Neues irgendwann einbringen und nur noch ein, zwei kleine Sachen, ist es so fast ein zweiteiliges Video, dass du so eins bis underground hast oder so. Ähm... Du hast so mehrere... Du hast quasi so mehrere Punkte, wo es so am Anfang halt auch über dieses Spielprinzip an sich geht und alles. Und dann aber das Video oder quasi das Interessante an der Serie immer mehr morphed in die Entwicklung. So dieses, ab einem gewissen Punkt ist es wesentlich uninteressanter, über die Spiele zu reden und mehr, wie sie sich im Kontext der Reihe und im Kontext der Zeit verändert haben und wie das halt so durchging. Und das ist halt so ein Video irgendwie wesentlich besser. Und das ist halt... Deswegen gibt es halt Videos, die werden wieder verworfen. Und deswegen gibt es halt Ideen. Du kommst halt irgendwo nicht so dazu. Du willst es da nicht irgendwie rauszwingen. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwie Content zu dem Kram oder so gemacht. Da ist mir halt der Zweitkanal wesentlich lieber, wenn ich dann so... Oh, da kann ich für den Hauptkanal nichts mit anfangen oder sonst was mitmachen. Da kann ich zumindest einfach noch mal ein bisschen frei drüber sprechen. Das ist das Gute daran. Aber zu dem Hollow Knight-Ding. Was die Karte betrifft, stimme ich auch vollkommen zu. Und ich muss auch sagen, die Sache... Eine Sache, die ich halt an diesen... Wenn du halt zu sehr auf die Karte guckst, weil was ich mag, was bei mir intrinsisch etwas ist, was ich liebe, ist geografisches... Also, das klingt jetzt falsch. Wenn ich jetzt sage geografisches Verständnis, dann lässt man mich mal auf eine Weltkarte gucken. Boah, Leute. Also, lasst mich mal versuchen, die Länder richtig in Osteuropa alle zuzuordnen. Vor allem so im Südosten. Oh boy. Kann ich mich da blamieren, ne? Also, das meine ich nicht mit geografischem Verständnis, sondern eher so dieses... So Spatial Awareness-mäßige. Also, ich liebe das, einen Raum zu erkunden und dann irgendwie zu verstehen, wie der zusammenhängt. Deswegen liebe ich auch den aus... Was war das? Aus Surge 2. Diesen Garten-Level. Das fand ich so geil, weil du den immer mehr... So windet sich Sachen und dann auf einmal kommst du dabei dahinter, wie Sachen zusammenhängen und verstehst das ganze Ding und kannst dich dann auf einmal vollkommen frei von A nach B orientieren. Und das hättest du, wenn du halt eine Karte dabei hast, vielleicht nie gehabt, weil du dich immer auf diese Karte fokussierst und immer wieder drauf guckst. Das Problem an Hollow Knight ist dagegen, dass ich das mag, dass du halt diese Karte nicht hast. Das Problem an Hollow Knight ist, dass alles zugleich aussieht. Das einfach in Hollow Knight, auch dadurch, dass das so groß ist und dass sich meistens nur ein bisschen die Farbe ändert und dann innerhalb der Gebiete selber und alles ist so samey und während ich... Wenn ich einmal Super Metroid durchgespielt habe, dann kann ich danach blind durchgehen. Dann weiß ich, hier war das, hier war das, hier war das, hier war das. Vielleicht gucke ich nochmal grob drauf, wo genau ein bestimmter Raum war, aber du kannst, du kannst das Spiel lernen, ohne jemals auf die Karte zu gucken. Bei Hollow Knight sieht einfach teilweise das Kram so gleich aus, dass ich viel länger Zeit brauche, um mir irgendwas zu merken und es ist auch noch alles so eckig und uninteressant, weil es einfach so nur in Rechtecke Quadrate aufgebaut ist. Es hat nicht dieses... Deswegen finde ich halt so 3D, Spatial Awareness auch noch interessanter, weil halt Dinge aufeinander loopen können und du irgendwie, oh mein Gott, jetzt bin ich hier und so hängt das zusammen und das ist der ganze... Das ist Kram, den ich halt wirklich liebe und deswegen finde ich das auch so gut, dass dann gewisse Spiele halt keine Karte überhaupt haben oder du schaltest irgendwie am Ende erst eine Karte frei vielleicht, aber wenn du von Anfang an teilweise Karten hast und du bist darauf angewiesen, dann lernst du es nicht. Das ist genauso, wie wenn du eine Strecke immer mit Navigationsgerät fährst. Ich hab das... Wenn ich Strecken öfter fahre, dann fährst du sie... Natürlich fährst du am Anfang immer mit Navi oder so, damit du halt weißt, wo es lang geht. Aber wenn du nicht aufhörst, zwischendurch einfach mal das Navi auszumachen und halt wirklich den Weg selber zu verfolgen und na, ah, okay, hier musste ich als nächstes lang und das war die Ausfahrt und hier lang und sonst was. Weil wenn du dies immer auf das... Das habe ich zumindest gelernt. Ich kann eine Strecke drei Jahre durchfahren. Falls ich die mit Navi jedes Mal fahren würde, würde ich die nie lernen. Aber du musst teilweise... Das ist auch wieder, dass ich vorhin meinte, in diese unangenehme Zone reingehen, wo du einfach mal riskierst, okay, vielleicht biege ich jetzt falsch ab. Ich kann notfalls das Navi wieder anmachen und zurückkommen, aber ich muss mich zumindest in dieses kalte Wasser begeben und das dann irgendwie lernen. Ich glaube, das ist bei Spielen auch bei Karten so. Du musst dich halt irgendwann in das kalte Wasser begeben und versuchen, ohne die Karte zu öffnen und sonst was zu navigieren. Und wenn du sie halt da hast, ist es super schwer, nicht da drauf zu kommen. Aber das Spiel muss dir auch ein bisschen entgegenkommen und Sachen irgendwie nicht super samey aussehen lassen. Und das finde ich bei Bacheloret einfach so ein bisschen das Problem. Fahre immer hin mit Navi und zurück, ohne bis ich nicht mehr weiter weiß. Aber zurück ist für mich was anderes, weil das dann teilweise auch eine andere Strecke ist. Und halt, ich merke mir halt Sachen sehr visuell vor allem. Und zurück sieht etwas kommen. Ich habe auch zum Beispiel eine Strecke, die ich 3000 Mal gefahren bin. Wenn ich die noch nie nachts gefahren bin und es ist Nacht, dann weise ich teilweise nicht weiter, weil alles einfach visuell so anders aussieht, dass ich nicht mehr klarkomme. Sondern man kann mich damit richtig, richtig verwirren. Auch wenn es drei Outfahrten ist, die ich nehmen muss. Weil ich merke mir nicht die Ausfahrt mit, ich, zum Beispiel, ich hasse das, wenn Leute, was heißt ich hasse das? Also die Leute können nichts dafür. Aber weil, ich mir halt Sachen visuell merke. Und dann Leute ankommen und sagen, ja du fährst hier die A so und so runter und hier auf die B irgendwas. Und ich bin, wo? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß, dass ich teilweise auf der A3 fahre. Ich habe keine Ahnung, welche Autobahn ich von Essen zur A3 nehme. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht, auf welche ich nachher wechse, um beispielsweise nach Düsseldorf oder Mönchengladbach oder so zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber ich weiß visuell, das ist die, ah, das ist visuell die Ausfahrt. So sieht die aus und hier fahre ich runter. Und dann fügt sich das nachher irgendwie so räumlich zusammen. Aber wenn du mich, wenn du mir irgendwie fragst, welche Autobahn nehme ich denn? äh, ja, die dann da so runterfährt. Warte, ich kann dir ein Bild malen. Das ist der Screenshot. Wenn du an dem bist, dann kannst du da abfahren. Aber wenn Leute halt auch immer so reden und an mir sagen, ja, da fährst du an die A irgendwas runter. Ich bin die was? Ich merke mir keine Namen. Ich merke mir, das ist halt, glaube ich, so komplett unterschiedlich, wie Leute sich halt Dinge merken. Ja, dann nehme ich übel, dass sie die Street View ruiniert haben. Das ist schlimm, ja. Ja. Ich fahre so weit es geht nie mit Navi, weil ich lieber Karten lese, als mir, äh, piecemeal Sachen sagen zu lassen, wo ich hinfahren soll. Boah, nee, Karten lese, das finde ich aber auch anstrengend. Vor allem ist halt der Zeitaufwand wesentlich höher. Ich mag halt nur nicht an Navis, wenn du so deutschen Straßenverkehr hast, wo du 5000 Ausfahrten auf einmal hast und das Navi keine konsistente Art und Weise hat, dir zu sagen, wie du darüber fahren musst und dann auf die Karte drauf guckst und es sieht aus, muss ich jetzt hier runter oder doch die nächste ist jetzt mit dem Rechtsabbiegen das hier gemeint oder nur auf die andere Spur und muss ich jetzt hier auf die andere Spur, aber die mittlere und die linke von und dann, ich hab schon so oft bin ich irgendwie falsch abgefahren, weil ich das Navi nicht zu 100% äh, interpretieren konnte. Das ist, das ist ganz schlimm. Äh. Ich bin ehrlich Soziopath, wer weiß, welche Autobahn zu seiner Arbeit führt. So, ich weiß halt wirklich nur, ob ich jetzt auf der A1 oder auf der A3 bin, weil das, weil das ein, weil die aus einer, aus einer Zahl bestehen. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, dass ich weiß, was die A1 und was die A3 ist und ich sonst auf keiner Autobahn fahre, die aus einer Zahl besteht. So, ich weiß, das ist hier, glaube ich, irgendwas mit einer 4 vorne dran. Ist es die 43? Ist es die 47? Who knows? Ich weiß es nicht. Boah, Städte fahren ist auch immer schlimm. Naja, Karten lesen gleich vorher, die Route gucken und sich da die Sachen merken. Ich glaube, das ist so ein, ein Core-Lebensskill für den. Ja, ich meine, ich habe das halt früher auch so gemacht. Hm. Vor, vor Navi. Ich hatte noch so eine ganz kurze Zeit. Also, da gab es zwar schon TomTom und so, aber es gab noch eine bestimmte Zeit, bevor es dann wirklich einfach wurde mit auch, weil ganz am Anfang war zum Beispiel Google, das Navigieren über Google Street, das war früher noch eine Katastrophe. Da hattest du noch nicht diese Navi-Ansicht, sondern du musstest wirklich top-down und hast einfach nur diesem blauen Strich, der immer kürzer folgt und musstest, das war quasi mit Google als Navi, Google Street als Navi benutzen, das war früher wie, äh, wie ein GTA oder so. Dass du einfach diese Linie so vor dir hast, aber du, du nicht wirklich erkennst, du halt nicht gesagt bekommst, jetzt gleich links, jetzt gleich rechts und es, und es passt sich dir an, sondern wirklich einfach nur, es bleibt statisch und du, du musst halt selber gucken, das war einfach schlimm. Und da habe ich halt auch noch oft mir die Strecken dann halt wirklich so lange, äh, äh, angeguckt, aber mittlerweile bin ich, ich fahre mit Navi und wenn ich die Strecke dann nochmal fahre, dann versuche ich bis, dann versuche ich, solange ich mich sicher fühle, das Navi zu benutzen, weil ich dann, zumindest wenn ich Zeit habe und jetzt nicht irgendwie unter Druck stehe, ähm, dass ich dann einfach nur, nur weiter gerade, äh, dann halt riskiere, okay, wenn ich jetzt falsch abbiege, ich kann jederzeit das Navi anmachen, das führt mich wieder zurück, das geht so. Äh, ich finde Kartenlesen viel angenehmer, äh, weil man einen Überblick hat und nicht nur diesen, diesen winzigen Ausschnitt, der gerade mal wieder von, von einem Stau in der Baustelle oder sonst was blockiert ist. Ich meine, ich will mich, ich will mich ja die meiste Zeit gar nicht, ich will ja einfach nur ankommen. Ich will einfach nur ankommen, ich will, möglichst gedanklich irgendwo anders sein, außer beim Autofahren. Oh, ein Suspekt ist, dass ich dich hier getroffen habe, die setzen sich auch zum Busfahrer. Ja, wenn mir, wenn mir jemand sagt, links am Dönerplanet vorbei, ist es einfacher als, ja, an der Goethe-Straße 42, Digga, wo ist die, ja genau, genau, wenn du mir sagst, da irgendwie, wenn du vorne, wenn du frontal irgendwie aufs Kino guckst und dann rechts beim Kino die Straße rein und dann vor dem Ikea wieder rechts rein, weißt du, da lang, anstatt, ja, du fährst jetzt hier irgendwie den Kreisel, die dritte raus und dann auf die und die Straße, als ob ich mir beim Autofahren irgendwo einen Straßennamen angucke. Da habe ich doch, a, die Zeit nicht und b, je nachdem, wie du lang fährst, bist du so, kann ich es überhaupt lesen. Oh, ja natürlich, das ist ja das. Ich liebe, ich liebe den, die, äh, Spencer-Menschen aus Resident Evil 1 und ich liebe die Welt, also quasi, Annalondo finde ich halt lange nicht mehr so interessant wie alles, was davor ist. Deswegen, das, das, das liebe ich halt aus den, aus den beiden Spielen, so die Welt zu erkunden. Deswegen liebe ich diesen Abschnitt aus, ähm, aus The Surge 2, die sagt, dieses Gartengebiet, das ist das, das ist das Beste, was die deutsche Spieleindustrie jemals gemacht hat. Das ist, das ist Peak. Das ist, das ist der Peak. Wir haben, das ist der Zenit, den deutsche, den deutsche Spieleentwicklung erreicht hat und da ist seitdem auch nichts mehr drüber gekommen. Oh, würde beim Karten, ich meine, ich finde es schon gut, Karten, Karten lesen zu können, aber das kommt auch drauf an, entweder, weil, weil das ist, glaube ich, etwas, das ist entweder, entweder kannst du das oder du kannst es, du kannst es wahrscheinlich irgendwie lernen, aber es ist dann schwerer, je nachdem, was du für ein räumliches Verständnis hast und wie dein Gehirn funktioniert. So zum Beispiel, für mich ist Kartenlesen auch relativ, ist nicht so schwer oder ganz angenehm, weil ich mir das dann visuell merken kann und weil ich dann so in meinem Kopf die Karte habe und dann fahre ich durch und dann hake ich diese Punkte ab und es ist so, okay, ich weiß, ah, das war die lange Straße und da waren jetzt drei Kreuzungen und an der vierten biege ich ab und dann fahre ich an den Kreuzungen vorbei und in meinem Kopf ist halt, und in meinem Kopf findet das Navi statt und dann stelle ich mir quasi so vor, wie ich auf dieser Karte entlang fahre und diese, die Punkte halt abhake, bis ich da bin. Aber wenn du dir zum Beispiel nichts, es gibt ja Leute, die können sich nichts visuell im Kopf vorstellen, das ist einfach nur schwarz, da ist nur leer. Das heißt, je besser dir du, du dir visuell etwas im Kopf vorstellen kannst, desto besser ist wahrscheinlich auch dein räumliches Denken. Wenn du dir nichts im Kopf vorstellen kannst, dann bist du wahrscheinlich ziemlich scheiße da drin. Das kann ich mir halt, und das kannst du halt nicht, das ist ja fast schon wie eine Behinderung, eine gewisse Form, wenn du das nicht kannst. Also wenn du dir nichts räumlich, also wenn du dir halt nichts irgendwie vorstellen kannst, glaube ich. Weil es einfach, es hat halt null Vorteile. Und ich glaube, du bist halt dadurch auch in anderen Sachen irgendwie schwächler. Spec Ops ist das beste deutsche Spiel, ja, das stimmt. Als Gesamtwerk. Aber dieser Level aus Search 2 ist halt so gut, wirklich. Nein, der Stream geht noch da unten, bis die Zahl unten 24 erreicht, so lange geht der Stream noch. Ja, ich wollte nicht cheaten, deswegen es lief, es lief alter Content von mir, aber ich wollte nicht cheaten. Das kann man nur für seine Kornucopia von Puzzle, aber es gibt eine thematische Lähe, um zu erinnern. Die, die mit dem Konzept der Mindfulness, können eine Verbindung zwischen den Audiovisual-Logs und der zweiten Lähe von Puzzle, als eine Art von verstehen, von der ersten Lähe von der ersten Lähe von der ersten Lähe von der ersten Moment, mit all its sensory experience, kann man be obscured by a distracted mind in much the same way those other puzzles remain hidden until you take the time to simply observe. More specifically, one might say the different types of puzzles show how the practical and transcendental can co-exist. Maybe you have a different interpretation, but just for the sake of argument, imagine I'm right and that this is what Jonathan Blow was thinking about as he constructed the island. Why is that worthwhile? And no, this isn't some shot at The Witness. I mean, why bother conveying an idea this way at all? It was seven years between the release of Braid and The Witness, during which time I assume Jonathan worked pretty hard. Multiple people were involved in its construction. It required a lot of specialized knowledge to create, and yet if I'm right, I've been able to tell you the core idea in under a minute. Of course, I can't recapture all of the nuances, but it is possible to communicate in a more direct, more efficient way. Like it or not, at least some of the value in art comes not just from the particular way it explores its ideas, but also the way it obscures them. Don't take my word for it though, here's some writing advice from the robot devil. Your lyrics lack subtlety. You can't just have your characters announce how they feel. That makes me feel angry. One actually can have one's characters announce how they feel, and not just for the sake of comedy. Thought Bubble? I find übrigens, at the beginning that Matthew said that Meta is easy, and then he takes a great, very well-construed Meta-gag in this video, to make his point. Don't know. I find kind of ironic. ... are a common device in comics, but one story will be expected to make this up some other way, like visual symbolism. Every medium has its own versions of this problem, but why do we want this layer of abstraction? Is it the knowledge of being in an exclusive club of people who get it? Is it the implied respect a creator has for an audience they're willing to challenge? Is it just masturbatory? Maybe it's all of the above and more. My theory is that we need a certain level of difficulty between us and the actual substance of the experience simply to keep us mentally engaged. When we're not clicking cookies, we're comparatively smart creatures, so unless our faculties are being taxed, our minds are more likely to wander away from whatever the creator was attempting to express. Hey, pay attention. When you think about it this way, all that highbrow symbolism, the show, don't tell, approach, exists for a surprisingly lowbrow reason. I suppose the game equivalent of Fry's dialogue might be a simple text-based tutorial which spoils the mechanics of its game, something The Witness sought to rectify. You can't just announce how your game works. That makes me feel bored. A game's quality can be assessed from any angle, but... Das ist halt auch so der Punkt, wo ich nicht ganz zustimme. Also A, die Interpretation, das ist so ein Teil davon. Ich glaube, Blau hatte irgendwo auch mal gesagt, was er eigentlich mit dem Spiel aussagen wollte und es war nicht das. Aber das ist ja egal, es geht ja nur um das Argument. Ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass es so ein Teil davon ist, dass so, ja, dass du, wenn es... Vor allem, weil du ja eine Antwort haben willst. Ich glaube, das ist halt eher dieses. So, du hast das Gefühl, da ist was da. Du hast das Gefühl, da ist was mehr da und da will was mit Aussagen. Aber du musst halt drüber nachdenken, um vielleicht drauf zu kommen. So, es ist dann wie so eine Art Puzzle, in das du dich halt reinsteigerst, um halt, wie Leute versuchen, irgendwie Twin Peaks zu entschlüsseln oder auch bei Dark Souls die Lore oder sonst was. Das ist ja auch alles nur... Hidetake Miyazaki könnte ja auch einfach die Geschichte normal erzählen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Geschichte dafür irgendwie schlimmer wäre an sich. Aber dass Leute, glaube ich, halt Spaß daran haben oder beziehungsweise sich dann tiefer mit etwas beschäftigen, nicht weil es irgendwie schwer ist an sich oder weil du das brauchst, sondern einfach, weil du das Gefühl hast, okay, da ist auf jeden Fall was da. Und gerade bei Titeln, wo etwas da ist, kannst du dann einfach tiefer gehen und musst dich halt mehr mit auseinandersetzen, um, ne, dass es halt wie so auf so einer Puzzle-Ebene ist. Und für die Aussagen selber, es funktioniert einfach besser. Es funktioniert besser, wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist meine Aussage, das ist meine, 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 das, was ich damit aussagen wollte, ist dann teilweise so auf einen Satz reduziert. Und dann bist du so, okay, cool, wow. Aber damit hast du ja nichts untersucht. So, und wenn du das dann in verschiedene Punkte reinpackst und diese Layer rüberpackst und aus verschiedenen Perspektiven betrachtest, dann ist es wesentlich einfacher, eine an sich sehr einfach zu reduzierende Aussage wesentlich interessanter darzustellen. Oder beziehungsweise, dass du auch das Gefühl hast, ah, okay, das ist zwar jetzt diese Grundaussage gewesen, aber es hat das auf eine viel interessantere Art und Weise behandelt und aus mehreren Ebenen, aus mehreren Perspektiven betrachtet oder untersucht. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel das bei dem, bei Twin Peaks. Ich will jetzt jetzt nicht sagen, was es ist in dem Fall, aber wenn du jetzt irgendwie auch dafür das, für das Beispiel, dass es einfach, sagen wir mal, das stimmt, das, was bei dem Twin Perfect Video drin ist und das ist die ursprüngliche Idee von David Lynch gewesen, die ursprüngliche Aussage, dann ist das, was am Ende dabei rauskommt, ne, wir sagen einfach mal, das stimmt, dann ist es auch, und es wird auch im Video selber gesagt, dann ist es halt sehr banal, aber so wie die Serie das eben aufgreift und verpackt und irgendwie beschreibt und dir das auch so teilweise unterbewusst so ein bisschen dadurch, dadurch beibringt oder dir irgendwie zeigt anhand von Beispielen und sonst was, ist es halt wesentlich effektiver, als wenn du einfach nur, wenn du jemanden da hast und sagst, ja, das ist das, das überzeugt dich ja nicht, du brauchst ja, du brauchst ja mehrere Ebenen, ich glaube, das ist nicht einfach nur diese, einfach diese, dieser Layer von Obfuscation oder so, ähm, der dafür wichtig ist und einfach nur, äh, dass, 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 dass eine Idee, dass du die halt vollends wahrnimmst und nicht einfach nur irgendwie so, so simpel da hältst, plus eben noch dieser, wie gesagt, dieser Puzzle-Aspekt, wo ich halt glaube, dass dann Leute, die wollen dann was rauskriegen oder du hast das Gefühl, da ist irgendwas, ähm, und, oder beziehungsweise siehst auch schon, was da, das da ist und dann beschäftigst du dich halt weiter damit, um zu sehen, da ist noch mehr und wenn du merkst, da ist mehr, dann gehst du halt weiter und weiter und tiefer und tiefer, ähm, dieses, dieses Herausgraben und sich damit beschäftigen und drüber nachdenken, das ist halt, entweder du hast daran Spaß oder du hast daran keinen Spaß, das ist, das ist, glaube ich, eher so das Ding da dran, ist das Gefühl, dass er es besser weiß als du, ja, das, das weiß ich, das weiß ich nicht, also ich muss sagen, ich finde die, ich finde die Sachen, die in, in, in The Witness drin sind, aber The Witness hat auch mehrere, versucht halt mehrere Sachen, äh, rüber zu bringen oder beziehungsweise Ideen, darüber nach, darüber nachzudenken und das Spiel ist halt so eine Ebene, das dann irgendwie zu zeigen, aber, ja, es ist ja auch mehr so als, fast schon so, was Meditatives, ne, dass du halt diese, äh, ne, wenn du es ja in der Lore der Welt auch betrachtest, dass das ja auch dafür da ist, ne, dass du so etwas hast, um dann über, über andere Dinge auch irgendwie nachdenken zu können oder so. Was wurde, wurde das jemals angekündigt? Braid Remastered? Braucht das die Welt überhaupt? Braid ist doch, sieht doch immer noch auch gut aus. Ja, ich meine, Jonathan Blow ist, äh, es ist ein Thema für sich, wie gesagt. So, ich mag, ich, ich finde die Spiele von ihm super und da arbeiten ja auch noch andere Leute dran, also gerade an The Witness und so. Ich bin auch sehr interessiert an diesem neuen Zuckuban-Spiel, was er da irgendwie macht, mit, mit seinem, mit seinem Team, aber, äh, äh, das hatte ich gestern schon mal, schon mal gesagt, der ist halt so, äh, Silicon Valley, Tech Bro, Libertarian, wo ist halt wieder dieses, äh, äh, am Libertarian, ähm, äh, äh, bis, bis du irgendwie auf ein Problem triffst, was, was mein Privileg und was mein Geld nicht einfach wegspülen kann, wo ist so, ja, äh, Global Warming ist kein Problem, weil wir haben das ja schon gelöst und wenn nicht, dann, dann werden wir Techniken erfinden, die das lösen und dann so, ja, schön, Jonathan, das sind dann Sachen, die, die dir helfen in San Francisco, äh, du, der auch genügend Geld hast, um, um irgendwelche, äh, ökonomischen Probleme einfach durchzustehen, die Leute, die in Gebieten wohnen, bei denen jetzt schon das halbe Land beispielsweise unter Wasser steht, ich weiß nicht, ob das denen so, so geholfen hat, das ist die Tatsache, dass wir es ja schon irgendwie gelöst haben, not sure about that one, Chief, äh, äh, Braid Anniversary wurde 2020, 2020 angekündigt, ja, vielleicht wird einfach ein komplett neuer, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach, du gehst dann so zurück, willst ein Remastered machen und auf einmal ist es so, ich hab doch mehr Sachen, die ich daran ändern will und dann ist es ein neues Spiel, das kann auch sein, äh, 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 interessant, weil, ich mein, es gibt dieses eine, eine Ding, wo ich halt, was auch viel zu lang geht, wo ich halt denke, der Typ hat halt echt einer der Klatsche, aber ich find's trotzdem so thematisch passend zusammen, äh, zusammenhängt, Dinge eben aus mehreren Perspektiven auch, auch zu betrachten, ne, ähm, ich mein, dieses Mindfulness gehört auch auf einer gewissen Ebene dazu, aber es ist halt nicht das, nicht das, nicht das Einzige, also ich glaub, ich weiß nicht, ob du The Witness überhaupt auf eine, auf eine singuläre Idee irgendwie reduzieren kannst, das ist halt so, dass das kannst du halt bei vielen Sachen auch nicht machen. Ja, genau. Hopefully we can all agree that it would be misguided to review Sekiro as though it were a puzzle game. That notion is absurd because every game is bad in an endless number of things and only good in the few ways it was crafted to be. Sekiro is a terrible racing game, it has no turn-based strategy and it's a lackluster platformer. Rather than critiquing it for failing in those areas, we're better off examining it based on what it does well. That might sound too lenient, but we can invoke similar games as a guideline for what level of quality can be expected. When I first started reviewing games, I would try to imagine what the developers were going for and judge it based on those merits. This isn't the right reasoning, but it was close to being the right approach. In order to begin critiquing something, what you need more than anything else is a reference point. Imagine you spent your entire life blind up until this very instant. If I locked you in a room with Sekiro the moment you gained vision, you'd be able to play it, but would you be able to give an adequate review? Nobody could stop you from relaying your subjective experience and it might even be interesting to hear such a unique perspective, but it probably wouldn't provide a useful assessment for those of us with decades of experience to pull from. In all likelihood, you'd be far more impressed by the graphics than anyone else, which would be totally justifiable from your perspective, but not useful information. There could be all kinds of things you don't know about games, like the fact that guards could follow snowy footsteps as early as the PS1, or that some titles dropped the pretense of being anything but a boss rush. Comparisons like this can be helpful because every game is ultimately competing against every other game for a player's time. When I would imagine what the developers were going for, what I was really doing was drawing on a lifetime of knowledge to arrive at the most charitable interpretation of a game. Doesn't always sound that way given how pedantic I can be at times, but if I can find fault with Devil Daggers or Obra Dinn, then nothing is going to emerge unscathed. My point is, in order to know what a game is good at, you have to know what games are capable of. You need a baseline, and the more you play, the more accurate your baseline becomes. I would even say that playing games alone isn't enough. After all, it seems foolish to review a visual novel without ever having read a book. If one were to ask me, I'd say there's a lot more to a good critic than just consuming a bunch of media, but it's a necessary part of the equation. Perhaps this theory sounds flawed, or as though it could just be one of many approaches to criticism. For example, you might be thinking it's not my place to decide what a game is good at. There's definitely gaps in my knowledge, and we're all capable of making mistakes. Maybe it really is less than ideal. Maybe there is a more detached way of reviewing everything, but I'm going to assert that such an assessment is beyond the grasp of human beings. In order to refute that claim, you'd have to come up with an alternate explanation for why nobody has reviewed Sekiro as a puzzle game. The real answer is obvious, because it's not a good puzzle game. Everybody knows that already, so instead we focus on the aspects we think are actually noteworthy instead, which can vary from person to person depending on their experience. Unless you're willing to go through an infinite list of comparisons to every other game and genre in existence, these implicit judgments happen in every review because something always gets left out. So, what gets omitted or focused on tells you as much about the critic as it does about the game. Oh, best song. Hahaha. Das eine Mal, dass ich Evil Within Footage in dem Matthew Matos' Video sehen werde für den Rest meines Lebens. Äh, ich würde das gerne mal, ich würde das echt gerne mal streamen sehen, tatsächlich. Hahaha. Das, ähm, ich finde das ist ein interessanter, ein interessanter Punkt, ne, weil es ja, es kommt ja, deswegen ist es ja, du kannst, dieses, dieses, dieses Objektive ist ja, äh, oder beziehungsweise halt auch diese, diese Referenzpunkte. Es ist halt schwer zu sagen, weil auch, ne, ich, ich, ich meine, ich finde das, äh, deswegen auch so interessant, dass das God of War Video, weil es halt so die Case Study von ihm ist, dass er dann die ganzen Punkte eben miteinander vergleicht und das Spiel macht das Spiel, äh, das Spiel macht das besser und das macht das besser und das macht das besser und das macht das besser. Wo ich auch eigentlich dann so sage, ja, auf der anderen Seite ist es eben so, wenn du halt immer nur jeden Aspekt gegen das Beste ist, was es irgendwo anders mal war, äh, reduzierst du es halt auch ein bisschen zu sehr. Aber bei God of War ist es halt mehr das Problem, dass du diese ganzen Aspekte hast und die halt nicht zusammenpassen oder beziehungsweise, dass, 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 dass Konflikte entstehen zwischen diesen Punkten, aber du dann, ne, du hast halt weder diesen einen Punkt, den es, den es herausragend macht, noch hast du irgendwie, dass, dass die ganzen Punkte sich halt gut zu etwas zusammenfügen, äh, sondern so auf beiden Ebenen hat das dann, hat das dann irgendwie versagt. Es ist halt bei diesen Referenzpunkten immer sehr schwer, weil das eben auch dann dazu führen kann, dass du in gewisse Fallen reintappst. Und ich meine, das haben wir alle, das, das habe ich auch. Dass du halt dann irgendwie diesen einen Aspekt hast du in ein oder zwei Spielen drin, wo es eben so herausragend ist und dann kommt irgendein anderes Spiel her und das macht es halt gut, aber es macht es halt nicht ganz so gut und dann kannst du halt immer wieder sagen, ja, aber das war, das haben wir halt hier schon, schon besser gesehen in einer gewissen, in einer gewissen Form, wenn halt die Sachen sehr stark miteinander, äh, miteinander vergleichbar sind. Und ich muss halt auch sagen, dass ich es, dass ich es wichtig finde, dass du diese Referenzpunkte hast. Ich meine, das sagt er ja auch, dass die, dass die Kritik, also eine interessante Kritik und, äh, das ist ja was Unterschiedliches. So diese, eine interessante Besprechung oder Perspektive zu einem Spiel ist ja was anderes, als wenn du jetzt wirklich versuchst, zu dem Kern irgendwie da, da hinzukommen, was Sachen gut oder, oder schlecht machen im, im Vergleich zu, zu allem anderen. Weil die Perspektive ist ja, ne, das ist ja genauso, äh, eine Perspektive von jemandem, der noch nie einen RPG, äh, noch nie einen JRPG gespielt hat. Und der spielt jetzt sein erstes JRPG. Ist halt genauso interessant wie, wie jemand, der alle JRPGs gespielt hat und dann irgendwie über was Neues rauskommt und dann redet oder so. Ähm, es sind halt zwei unterschiedliche Perspektiven. Aber wahrscheinlich wird dir die Person, die mehr Erfahrung hat in dem Genre, mehr dazu sagen können. Genauso wie jemand, der Expertise in Autos ist, also der irgendwie von, von Sportautos halt richtig viel Ahnung hat und auch unter der Haube und alles vergleichen kann. Äh, das ist das Video von jemandem, der noch nie, wie ich, noch nie ein Sportauto gefahren, gefahren ist und die einfach nur über diesen, aus der Perspektive raus was erzählt, kann wahrscheinlich genauso interessant sein, wie, wie irgendwie der Experte darüber redet. Und, aber ich werde langfristig halt den Kern davon nie so gut irgendwie aufgreifen können, wie, wie jemand, der diese ganzen Referenzpunkte und die Erfahrung da eben gesammelt hat. Du kannst dich auch, wie gesagt, auch in, 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 in Erfahrungen zu sehr versteifen und dann finde ich auch teilweise die gleichen, äh, die falschen Vergleiche ziehen und halt dich in irgendwelche Richtungen bewegen, die halt irgendwie fatal sind oder dich in irgendwas verrennen. Das ist halt immer da. Aber ja, generell würde ich sagen, es ist wichtig, so viel, also eben auch als Kritiker, es ist wichtig, so viel wie möglich zu versuchen irgendwie, äh, zu, äh, ich würde sagen, irgendwie zu erleben. Aber auch Versuch da drin halt nicht einfach nur blind in irgendwas, so, okay, das und 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 das irgendwie alles Mögliche, sondern eben, okay, das ist irgendwie, scheint ein wichtiger Referenzpunkt in der Historie zu sein oder das sollte ich mal ausprobieren, das sind die Genres, da habe ich einen, da habe ich einen Blindspot, was wäre irgendwie gut? Oh, das ist ein gutes Beginner-Einstiegsspiel da, ah, das ist diese, dieser Genre-König, der aktuelle, das ist irgendwie der historische Einstiegspunkt, wo das Genre begründet wurde oder ein Klassiker, wo alle drauf, äh, wo alle drauf hinweisen. Ich glaube, das ist wesentlich interessanter. Du musst auch teilweise, ne, ich meine, du musst teilweise auch aus der kompletten Komfortzone aller Leute aussteigen, ansonsten wirst du halt nie diese speziellen, super nischigen Titel finden, die irgendwas Interessantes gemacht haben oder vielleicht auch sogar was besser gemacht haben, als was, ne, wie, weil das, das, das meine ich, das ist mein Grundlegendes, das, das geht wieder darauf, diese Referenzpunkte führen eigentlich zu meinem Punkt, dass schlecht gealtert eine beschissene Aussage ist, weil alles, was, was schlecht gealtert bedeutet, ist, dass die Referenzpunkte gefehlt haben, dass du nicht wusstest, wie etwas hätte es besser oder anders funktionieren können oder für dich besser hätte funktionieren können, eben auch oftmals, dass du es einfach nicht wusstest, dass du diesen Referenzpunkt noch nicht, ähm, noch, noch, noch nicht hattest und dass oftmals halt Dinge auch, gerade auch in der Fachpresse, dann so hochgelobt werden, im Gegensatz zu anderen Leuten, die halt mehr Erfahrung darin haben, weil die einfach wissen, was noch, oh, ja, okay, das ist vielleicht ganz cool, wenn du es noch, wenn du noch nie sowas gesehen hast, aber wenn du die Erfahrung darin gesammelt hast, dann haben wir, dann ist es so, ja, okay, aber das wurde schon irgendwie besser umgesetzt und so und so und so und so und wenn du die Erfahrung auch hättest, würdest du auch wahrscheinlich, du musst nicht zustimmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist garantiert irgendwie hoch, dass du, ähm, dass du dann zustimmen würdest, ähm, das ist, glaube ich, eher das, das, das Ding, ne, dass du dann eben auch so von flashy Graphics dann dich halt eher beeindrucken lässt und dann gibst du dem Spiel eine höhere Wertung und dann kehrst du Jahre später zurück und es ist so, oh, die Grafik beeindruckt mich gar nicht mehr und jetzt finde ich deswegen das ganze Spiel besser, das ganze Spiel schlechter, weil, weil, weil ich mehr auf dieses, dieses Neue und Beeindruckend irgendwie geachtet habe und das ist ja eigentlich das Gleiche wie jemand, der, wie er an diesem Beispiel, ne, ist halt sehr, sehr, sehr hypothetisch bis an die Grenze gezogen, jemand, der noch nie irgendwie was, was überhaupt gesehen hat und dann an so ein Spiel dran kommt, weißt du, hol irgendwie jemanden aus, äh, mit der Zeitmaschine aus, aus 1984 oder so, nachdem er irgendwie Super Mario Brothers gespielt hat und setzt ihn vor Mario Odyssey, der Typ wird wahrscheinlich, also erstmal, weil er sieht, wie scheiß die ganze Welt geworden ist, ähm, äh, aber wird wahrscheinlich durchdrehen, das ist so das, das beste Spiel, was, was er jemals irgendwie erlebt hat und aus der Perspektive ist es ja auch, auch vollkommen korrekt, aber er hat die ganzen anderen Mario-Titel davor nicht gesehen, er weiß ja gar nicht, ob er vielleicht doch Mario 64 präferieren würde oder Galaxy oder Galaxy 2 oder 3D World oder einen Haufen anderer Plattformer, die die Sachen irgendwie anders gemacht haben, also ja, nach dem nächsten Matthew wieder haben wir die 24 Stunden erreicht, deswegen gucke ich die Sachen aber auch so gerne, weil da einfach so viel drin ist, da ist einfach so viel drin und so viele Ansätze, über die du halt sehr viel reden und drüber nachdenken kannst. Das ist das längste, wenn ich nachher die Segmente schneide, wenn ich nachher die Segmente schneide, dann ist das, das längste ist halt dieses Video. Oh. Oh. Äh, ich wäre mehr daran interessiert, mehr Kritiken in bestimmten Lesarten oder herausgenommenen Aspekten zu lesen. Ja, ich meine, deswegen ist es ja wichtig, mehrere Leute zu haben. So, ich finde es wichtig, dass, ich hab halt lieber mehrere Kritiker, die ihre, äh, die, 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 die Spiele auf ihre Weise betrachten, als irgendwie, dass jeder alles aus allen Perspektiven und die Lesarten und sonst was hat. So, ich hab halt lieber irgendwie dann, dann jemanden wie ein Matthew Metosis und dann hab ich noch jemanden wie ein Jacob Gellar und dann hab ich noch jemanden wie ein, äh, äh, Joseph Anderson und die einfach alle so, ähm, äh, vielleicht nicht Joseph Anderson, sagen wir mal, Noah Carlton Gervais oder so, ähm, äh, und hab dann lieber diese, diese ganzen eigenen Perspektiven und irgendwie Ansätze davon, äh, und das, finde ich, ist das Wichtige. Das, das Problem ist, glaube ich, immer, wenn du nur eine Richtung hast, wenn du halt immer so eine Dominierende hast und vor allem diese jahrelange, zeitlange klassische, äh, Mainstream-Presse und dann in Deutschland ja noch mal schlimmer, wo ja irgendwie gefühlt alles, wo wir immer noch in den, den 90-80ern, ähm, irgendwie, irgendwie feststecken und dann natürlich auch, weil die Leute immer noch die Erfolgreicheren propagiert werden und die sich halt nie oder kaum noch gefühlt in Zonen begeben, wo sie was Neues dazulernen müssen oder andere Perspektiven aufgezeigt bekommen und dann eben stagnieren, ähm, so, ja, das ist halt, das ist halt blöd, aber solange du halt die Vielfalt an den Leuten hast, das ist, das ist, ich hab, wie gesagt, ich hab halt lieber eine Vielzahl von, von Kritikern, die alle ihre unterschiedlichen Ansätze haben, anstatt irgendwie alle, die versuchen würden, 20 Dinge irgendwie gleichzeitig zu machen. Ja. Ich mein, was heißt Reviews, es ist so, ich mein, du hast ja auch, es ist, es ist ja auch für viele Leute wichtig, aber die, die Sache ist ja, ich meine, ich nenn das ja auch nur Review, weil das halt so der Name ist, das kann halt so alles Mögliche bedeuten und dann kannst du es Kritik nennen und dann, ich mein, du nennst es dann auch Review, damit halt Leute mehr draufklicken. So, eigentlich, wenn du nach dem Deutschen, solltest du Kaufentscheidungshinweis, so Kaufhilfe, äh, sollte es, sollte es eher oder so heißen. Äh, das ist aber auch für viele Leute einfach dann wichtig, die einfach nur wissen wollen, okay, ist es, ist es jetzt gut oder schlecht oder beziehungsweise, was sind die guten und schlechten Punkte, finde ich das interessant zum Kaufen, ja oder nein, ist es das für mich wert oder so. Und dann hast du eben nochmal die Ebene, mir ist es scheißegal, wie viel ein Spiel, so, wir haben schon, wir haben es alle gespielt, wir möchten jetzt einfach nur eine interessante Besprechung oder so davon haben. Das ist halt, es braucht halt irgendwie alles, aber es muss halt in einem, es ist, es braucht, es braucht halt Balance, das ist es irgendwie. Aber, aber ganz schlimm, ganz schlimm. Was, Matthew, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo, wo sind die Balken? Wo sind die, oh. Null von zehn. Matthew mit Toes ist cancelled. Keine Balken. Game criticism is beginning to face an insurmountable problem. A person born in 2020 stands no chance of being able to play all of the titles we currently consider classics by the time they're old enough to become a critic. We could go as far back as Space War for a thorough understanding of gaming history, but even starting with Space Invaders, you're looking at over 40 years of releases. By comparison, film critics have it easy. They have a longer history to explore, but even the three-hour runtime of Amadeus is short compared to an average game. Not to mention that a film is the same every time, whereas part of fully experiencing a game is seeing how it might diverge on subsequent playthroughs. Thanks to an abundance of lengthy RPGs and a proliferation of RPG mechanics into non-RPGs, is the average completion time across single-player releases maybe stretches past the 20-hour mark. Right now, an average working week in a developed country is about 40 to 50 hours. That's enough time to watch roughly 20 movies if you set your mind to it, or alternatively, you could get less than halfway through an RPG. And keep in mind, that's just a single playthrough. This is making me depressed! This job is time-consuming, especially if you want to do it well. As of now, I have over a hundred hours in Dustforce, with a couple of levels left unfinished. I spent months producing three-hour commentaries to Devil May Cry and Beautiful Joe, while learning new things about them right away to the end. It took me over 200 hours just to play Breath of the Wild enough to do a review, and the Legend of Zelda series has nearly 20 mainline installments by now. There's a lot of elements common to most of the series, like heart containers, swordplay, dungeons, and minigames. Even though these can cause the series to feel a little samey, especially considering how many installments there are, the Zelda games are not afraid of change. Even though I've done almost nothing but play games since I could hold a controller, I've had a lot of difficulty keeping up. I'm still not as familiar with shoot-'em-ups, fighting games, or CRPGs as I'd ideally like to be, but I think I arrived at a time when it was possible to dig into stuff from before my birth, while still staying abreast of new releases. If one were to ask me, it all really begins with the so-called Golden Age of arcade games, Space Invaders, Pac-Man, Defender, Q-Bert, Frogger, Donkey Kong, and so on. It might seem frivolous to play all of these games as research, but I can name much more obscure ones which have directly influenced, or are at least suspiciously similar, to later releases. Many of us have at least dabbled with classical music on a rainy afternoon, so one might be familiar with names such as Mozart, Chopin, and Satie. To us, this is all classical music, but actually none of those men were even alive at the same time. This is like putting Shigeru Miyamoto in the same category as a person who won't even be born for another hundred years. Thankfully, knowledge of history can be crowdsourced to all of humanity, but even this collective memory has its limits. Over time, the past gets more and more compressed until only the most important points remain. You can think of every classic as a peak on a mountain. The tide keeps rising, drowning out all the lower peaks. As the water gets higher, the average distance between peaks just keeps getting wider. To the casual music listener, most of Mozart's contemporaries, like Salieri, have drowned, and someday he might too. Of course, Mozart's creativity lives on in all the things that were inspired by him, and even if the man himself is forgotten someday, his influence on history will remain immeasurable. Still, I feel privileged to have lived at a time when a single person could have comprehensive experience with the entire medium of games. Some genuinely amazing titles, like Alien Soldier, are already struggling to stay afloat in the collective consciousness. Give it a hundred years, and even dedicated critics probably won't have time to explore the Mega Drive's library for themselves. Keep in mind, new Mega Drive games are still being released, and the rate of total releases for all platforms has increased over time. There will come a day when some prominent critic won't even know what a Mega Drive was. In that future, they'll have to rely on retro specialists to highlight the best games available for each old platform. This necessitates a certain level of cooperation and trust. You have to place your faith in those specialists to do their job well. If you happen to be listening to this from the World of Tomorrow, then you might pity me for the games I never got a chance to play, but there was an advantage to living now. I've completed a comparatively large percentage of the total games ever released. Given the amount of shovelware, that number might not even crack 1%, but it's relatively high, higher than it ever will be for subsequent generations. There's something reassuring about having such a self-contained baseline. If games have taught me anything, it's that the good guys have a way of winning in the end, but it doesn't happen without struggle. Highlighting the truly outstanding titles of today is a necessity to avoid stagnation, because everything stands on the shoulders of what came before. If we can all help the cream rise to the top, then we'll all collectively benefit from better games in the long term, too. Video essays that make me cry. Hahaha. Hahaha. Ja, das ist so... Das ist wirklich so fucking depressing. Also gerade auch aus... ...aus meiner Perspektive. Mir fällt keine gute Nachricht ein, aber ich möchte einfach mal was da lassen. Ja, das ist die Frustration. Du musst halt das machen, was nur du machen kannst. Also damit habe ich mich halt schon abgefunden. Das ist dieses, ich kann, du darfst dich nicht zu sehr mit den anderen vergleichen, die halt in ihrem Spezialgebiet sind und dann deswegen so geile Videos machen, die du halt vielleicht, wo du sagst, das würde ich vielleicht gerne selber machen, aber vielleicht die Tatsache, dass du sie nicht machst, ist, dass du für deine Arbeit vielleicht dann den Fokus drauf anders legst. Und ich will lieber die Videos für mich machen, wo ich sage, okay, die können halt, oder die würden andere Leute niemals machen, die Art von Videos oder sonst was. Deswegen, ich versuche halt nur auch den Kram genauso zu konsumieren, damit du halt den Horizont erweiterst, damit du irgendwie über mehr Sachen nachdenkst, damit du irgendwie mehr Perspektiven bekommst. Aber das ist wirklich, holy fuck, das ist auch etwas, mit dem ich halt selber struggle, wenn ich so drüber nachdenke, so, wann ich wirklich mal angefangen habe, darüber nachzudenken mit, okay, wie viel Zeit habe ich theoretisch noch übrig und wie viel, wenn du darüber so denkst, so, ja, ich hatte, keine Ahnung, ich bin jetzt 33 Jahre. Ich habe, seitdem ich fünf Jahre bin, habe ich Spiele gespielt, aber sagen wir mal so, die ersten zehn davon waren nicht wirklich viele Spiele, ne, weil du hattest kaum was verfügbar, damals noch kein Internet, ja, später konnte ich dann auch Super Nintendo Sachen nachholen. Und, weißt du, hätte ich damals als Kind auf dem Super Nintendo so einen Everdrive gehabt und hätte mir einfach alle Spiele drauf runterladen können, holy shit, da hätte ich wahrscheinlich auch viel mehr, viel mehr an Erfahrung oder so gesammelt. Aber so wirklich erst richtig eingetaucht in auch die, auch Retro und nochmal zurückgehen und bla bla bla, so vielleicht versuchen, allumfassend was zu kriegen, sagen wir mal so in den letzten sechs oder sieben Jahren vielleicht. Also wirklich erst mit dem, mit dem Kanal hier. Und dann denkst du einfach so sechs, sieben Jahre, oh, da kannst du ja einfach viel drin machen, das kannst du noch spielen, das kannst du noch spielen, das noch spielen. Und dann verstreicht die Zeit und neue Sachen kommen raus und das machst du und das machst du und du, du spielst dir viel und du holst viele Titel nach und diese Liste von, von, von Backlog-Sachen, die wird einfach nur, die wird nie kleiner. Die wird nie kleiner, die wird, das wird nur größer, deine Wunschliste wird nur größer. Außer du, außer es, Leute hören auf, gute Spiele zu machen, was nicht passieren wird und das wird wahrscheinlich einfach nur immer mehr, weil immer mehr Leute inspiriert werden, weil es immer einfacher wird, zumindest auch Spiele für sich zu entwickeln oder sonst was. Was meinst du, wie viele geile Sachen wahrscheinlich irgendwie auf Itch.io rum, äh, rumlagern, aber du, du müsstest ja überhaupt die Zeit investieren, da die Sachen rauszusuchen. Ähm, und, äh, alleine jetzt nur zum Beispiel ein Genre, was halt relativ, wo die Spiele relativ kurz sind, Beat'em Ups. Ich hab mich ein oder zwei Wochen mit nichts anderem auseinandergesetzt mit Beat'em Ups. Ich hab ein besseres Verständnis über das Genre bekommen, ich hab über die ganzen Titel gelesen, mir die Sachen rausgesucht, geguckt, für welche Systeme und wie ich sie am besten spielen kann und hab mir eine Liste angefertigt. Und ich hab auch 20, 20, 30 Titel davon dann tatsächlich sogar durchgespielt in der Zeit, ne, weil das sind halt meistens Spiele, die eine halbe bis eine dreiviertel Stunde gehen. Ähm, aber ich hab noch auf dieser Liste noch 150 locker übrig und das ist ein kurzes Genre. Und wenn ich das vergleiche mit diesem JRPG-Buch, wo ich fast noch mehr Spiele habe, die ich nachholen möchte, die mich interessieren und die durchschnittliche Spielzeit von diesen Titeln ist 20 Stunden. Und selbst wenn ich nur sage, ich möchte einen gewissen Eindruck davon bekommen, dass ich gut darüber reden kann, dann sind es mindestens fünf, dann kann ich nicht eine halbe und eine dreiviertel Stunde verbringen, dann sind es mindestens drei, vier, fünf Stunden in jedem Titel. Und dann bist du auf einmal tausend Stunden nur damit beschäftigt, ein Genre irgendwie zu, äh, zu entdecken. Und das ist etwas, was andere Leute klar in ein, äh, in ein Spiel teilweise packen. Äh, und das ist auch noch eine Erfahrung, die du halt nicht teilen kannst. Du kannst nicht irgendwie die Erfahrung haben von, äh, richtig tief kompetitiv abzutauchen, richtig tief in ein MMO abzutauchen, richtig tief in ein Fighting Game abzutauchen, richtig tief in, ähm, in irgendwie Speedrunning abzutauchen und das selber für dich mal irgendwie so zu erleben und wie das ist. Du kannst halt dich auf ein paar Sachen konzentrieren, äh, du kannst in alle vielleicht mal irgendwie so reindippen, aber irgendwelche Sachen musst du liegen lassen. Irgendwelche Sachen musst du liegen lassen und für dich halt gucken. Und diese Realisation, dass es selbst, so, ich könnte mir jetzt, ich könnte jetzt wirklich sagen einfach, das nächste Jahr, ich fokussiere mich auf nichts anderes außer JRPGs. Und das einzige an neuen Releases, was ich spiele, sind maximal JRPGs. Dann werde ich nach diesem Jahr wahrscheinlich einen größeren Eindruck haben. Aber die Zahl von, entweder kann ich mich da drauf fokussieren, Spiele durchzuspielen, was selbst wenn ich das ganze Jahr nichts anderes mache. Weißt du, selbst sagen wir mal, mit Arbeit und Freizeit sind es 100 Stunden in der Woche, die ich, äh, äh, die ich, die ich mit den Sachen verbringe, ne? Das ist meine komplette Arbeit und Freizeit, die, die 100 Stunden in der, äh, in, in, in der Woche oder so. Ich weiß gar nicht, wäre das überhaupt möglich mit, warte mal, 24 mal 7? Ja, 186, so, dann, dann, dann ist es wirklich nur Arbeit und Freizeit, keine Ahnung, dann machen wir einfach mal 80 Stunden. Hast du irgendwie, 80 ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 80 Stunden Freizeit und, und Arbeit zusammen irgendwie so, ne? Mit Wochenende, bla, bla, bla. Äh, sagen wir mal, das, so ein extremer Fall. So 80 Stunden die Woche und dann das eben mit den 52. So, das heißt, dann hätte ich halt knapp über, sagen wir mal, 4000 Stunden für dieses Jahr. Das wären 40 Titel, die, die 100 Stunden lang sind. Oder es wären 80 Titel, die, die 50 Stunden lang sind. Das wären auch nur 80 Titel, das wären nicht mal, ich hätte ein komplettes Jahr wirklich nur darauf fokussiert, in JRPGs oder so einzutauchen. Ähm, und ich könnte nicht mal, ich könnte immer noch so einen kleinen Bruchteil, ich könnte vielleicht die Crème de la Crème oder so da raus spielen und die durchspielen, aber es ist trotzdem nur ein gewisser Bruchteil. Und einige Titel sind auch länger und kürzer als andere und dann, oder du hättest halt die Möglichkeit, alle Titel nur mal ein bisschen reinzutauchen und die durchzuspielen, die du wirklich haben willst. Das ist absurd und das ist dann nur ein Genre. Und dann gibt's ja noch komplette Systeme und Dinge, die du, ne, allein nur in Arcade, und wenn du in Arcade richtig eintauchen willst, du kannst die Spiele nicht einfach nur mal so spielen. Du musst halt ein bisschen mehr Zeit damit verbringen und recherchieren und eben auch gucken, dass du besser darin wirst und die verstehst, um sie halt vollends in ihrem Design eben auch wahrnehmen zu können. Es ist, das ist abartig, das ist abartig. Und je mehr ich darüber nachdenke und auch so ein Beitrag in dem Video, desto depressiver wird das einfach nur. Desto depressiver, desto depressiver wird das einfach nur, dass du diese Medium einfach so, du kannst, du kannst, ich weiß, vielleicht können das andere Leute nicht nachvollziehen, weil das dann so, who cares, ich verbringe meine Freizeit oder sonst was mit Spielen. Aber das ist halt wirklich etwas, wo ich, ich hätte gerne dieses komplette Wissen. Und ich hätte auch noch gern mehr Wissen in anderen Medien und sonstigen Dingen. Aber es geht halt nicht. Du musst irgendwo, du musst irgendwie die Kompromisse eingehen und einfach das nochmal, wenn du es halt wirklich durchrechnest, wie viel Zeit du tatsächlich theoretisch hast, selbst im Best-Case-Szenario. Ähm, und dann mal da gegenüberstellen, was es wirklich an Zeit dauern würde, das und das zu machen. Äh, gehst du, gehst du zugrunde. Oh. Ja, das ist halt so die Sache. Ich spiele absolut nach meinem, nach meinem Pacing. Mein Problem ist eher, dass ich Dinge hundertmal anderen Sachen replay oder in Online-Games mehr Zeit reinstecke, als ich möchte. Ja, zum Beispiel, das ist auch die Sache. Ich, aber ich, ich hab, kompetitiv bin ich zum Beispiel vollkommen desinteressiert. Das heißt, ich, ich hab, ich bin jetzt niemand, der deswegen irgendwie in Online-Dinger oder so verfällt, aber beziehungsweise auch meine, mein, mein Wille oder beziehungsweise mein, mein Ziel und das, wo ich am meisten Spaß mit dran habe, einfach so ein Medium komplett zu erkunden oder einen Creator oder sonst was komplett zu erkunden und darin einzutauchen, das ist so viel höher als alles andere. Deswegen fällt es mir schwer, in einzelne Spiele 50, 60, auch nur 50, 60 Stunden zu investieren. Maximal, wenn's die Hauptstory ist. Das ist, selbst wenn ich spiele, die ich liebe, die spiele ich dann zwischendurch immer und immer wieder. Wie zum Beispiel mal in Evil Within oder so. Da tauche ich dann zwischendurch, da spiele ich dann immer nochmal, nochmal, nochmal. Aber mich halt in so einen Action-Titel am Stück mal wirklich für einen Monat oder zwei 100 noch was Stunden oder so reinzusetzen, um halt richtig, richtig gut auch da drin zu werden, das fällt mir halt wirklich schwer, weil ich dann sehe an neuen Releases, die vorbeiziehen. An alten Sachen im Backlog, die größer werden und sonst was. Und das ist, deswegen springe ich einfach zwischen vielen Sachen immer so hin und her. Und das Problem ist, dass ich dann gefangen werde, teilweise eben, was ich dann meinte von diesen kurzen Loops, die mich dann kriegen, wo ich so fünf oder zehn Stunden vielleicht in irgendwas reinstecke, was ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Aber ich hab zumindest nicht diese Fallen von irgendwie 100 oder sonst was. Oh, vier Stunden Schlaf, let's go, ja. Das ist Paartherapie, ja. Einfach unsterblich werden, das wäre das Beste. Oh, ich nerv's so lange damit, bis es adressiert ist, was ist mit Büchern. Was ist was mit Büchern? Ja, ich weiß nur nicht, du hast nochmal mit Büchern gesagt, aber... Der Soundalert kommt doppelt raus, weil das halt über die Desktop-Audio noch... Das kann ich hier... Ich kann das nicht ausstellen. So, entweder der Soundalert kommt für mich nicht raus, oder er kommt, also entweder er kommt nur für euch raus oder in dem Fall für euch doppelt raus. Anders kann ich so nicht handhaben, weil ich weiß nicht, wie ich Audio, ich müsste Audio über etwas anderes abgreifen als über das, also meine Audio, die ich höre, müsste etwas anderes sein als der Desktop. Keine Ahnung, wie ich das mache, deswegen das ist, wenn ich Desktop-Audio aktiviert habe, in solchen Sachen beim Video gucken und so, geht leider nicht anders, keine Ahnung. Muss ich dann, muss ich dann immer Ja, vor allem weil ich erst mal 22 genug Geld für Games hatte, deswegen will ich pro Jahrhundert, ja, genau, das ist halt dieses auch, dass du in der Anfangszeit so und dann denke ich mir so, hätte ich doch früher dieses Verständnis dafür gehabt, dass ich wirklich mehr Zeit mit Emulatoren verbracht hätte und da irgendwie, oder mehr Zeit schon früher in Spiele einzutauchen oder so, das ist irgendwie sehr schade. Ich weiß immer noch nicht, was mit Büchern gemeint ist, in dem Fall, warum das jetzt so anders, warum das anders ist als andere Medien. Bin der Meinung, das beste Spiel ever liegt irgendwo auf Itch und niemand hat das je gespielt. Das ist eben auch die Sache, du hast nur die großen Sachen, weil klar, es wird garantiert in der klassischen Musik einfach wunderbaren Kram geben, den du nur kennenlernst, wenn du eben danach suchst und dann ist die Frage, existiert das überhaupt noch irgendwo? Kannst du das überhaupt noch irgendwo finden? Wie viel, ich meine auch bei Filmen schon Sachen, die verbrannt wurden, wo du gar keine Möglichkeit mehr hast. Vielleicht ist der beste Film, den du jemals sehen könntest in deinem Leben, existiert vielleicht gar nicht mehr. Du hast nicht, die einzige Möglichkeit wäre, Zeitreise zu erfinden und da irgendwie dran zu kommen. Das ist ja auch nochmal der Kram. Bei Spielen ist es ja leider auch so, du hast bestimmte Erfahrungen, in die du nicht mehr dran kommen kannst. Niemand kann mehr eins gegen hundert, die die klassische Erfahrung haben, was ich auch sehr schade finde. Aber deswegen finde ich es halt eben auch wichtig, diese Bibliotheken teilweise, zumindest von Spielen-Systemen, wo ich das Gefühl habe, ja, ich kann so eine Liste, deswegen mache ich das ja auch, diese PlayStation-Liste, die wir durchgegangen sind. Deswegen mache ich das, weil das hilft mir zumindest eine gewisse Vorselektion zu betreiben, dass ich dann sagen kann, ich gucke mir die Sachen an und alles, was halbwegs interessant aussieht, das packe ich auf die Liste. Und dann lade ich mir die Sachen runter und dann versuche ich zumindest mal, mir Zeit rauszunehmen zwischendurch. Und ich sage, ich spiele jetzt in jedes Spiel, ich setze mir einen Timer und spiele einfach mal, jetzt an einem Nachmittag, für vier Stunden, spiele ich acht verschiedene Titel aus dieser Liste. Einfach nur an. Und danach treffe ich die Entscheidung, kommt das auf, das will ich irgendwann mal weiterspielen oder das war's. Ich habe jetzt davon genug gesehen, das brauche ich nicht. Und dann kann ich das langsam so runterrütteln irgendwie auf die Sachen, die dann tatsächlich interessant sind und über die man auch vielleicht was sagen kann oder den anderen Leuten dann irgendwie zu empfehlen. Das ist halt schwer. Ja, es ist unmöglich, auch nur ansatzweise eine Fraktion einer Prozent einer Bücher zu lesen. Ja, es ist auch bei Musik. Und trotzdem geht das Buch... Aber das sagt doch das Video nicht aus. Das sagt doch das Video nicht aus. Es ist einfach nur, dass du darüber nachdenkst, dass du, je weiter das Medium voranschreitet, desto schwieriger ist es, das in seiner Gänze zu erfassen. Und du wirst auch als Buch... Klar, du kannst... Du kannst auch Spielekritiker werden, wenn du gestern angefangen hast zu spielen. Dir fehlen halt andere Referenzpunkte. Aber das Problem, das du eben hast, ist auch, dass du aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit, du musst dich darauf verlassen, auf Leute, die dir dann sagen können, ähm, was vielleicht, äh, was vielleicht vorher da war. Du wirst nie die Gänze erfassen. Das sagt ja nicht, dass du kein Buchkritiker sein kannst. Aber das, was dir das, dass das Video aufzeigen will, ist es einfach, je weiter das voranschreitet, desto unmöglicher ist das. Und gerade bei Spielen einfach die Zeit, die du dafür, äh, die du dafür anwenden musst, ist einfach, ist auch höher als bei Büchern. Es gibt sehr wenige Bücher, die irgendwie, weißt du, keine Ahnung, One Piece oder so, dann irgendwie von mir aus. Aber der Durchschnitt von Büchern wird dich nicht 20, 30 Stunden, äh, Zeit kosten, die irgendwie durchzulesen. Und bei Spielen ist es eben auch nochmal so. Und eben auch die, da stimme ich ihm auch zu. Klar, du kannst auch einen Film und ein Buch mehrmals lesen und mehr daraus rauszubekommen. Aber bei einem Spiel hast du gerade bei so einem Action-Game, das reicht nicht, wenn du es einmal durchspielst oder zweimal oder dreimal oder viermal. Dann musst du halt teilweise wirklich da, anstatt ein Durchgang dauert zehn Stunden und dann musst du dich 100 Stunden damit beschäftigen, um halt wirklich irgendwie essentiell was rauszubekommen. Äh, und das nur aus dem Gameplay. Und dann, wenn du Spiele, die halt mit der Handlung hast, dann hast du auch das gleiche Problem. Also das ist so, da, darum geht's, finde ich, in dem, dem Video halt überhaupt nicht. Ab nächstem Jahr kann niemand mehr Babylons Fall spielen, ja genau. Wenn es niemand kennt, ist es dann wirklich gut. Das ist eben auch nochmal die Sache. Es ist ja nicht, dass es notwendig ist. Es ist ja nicht, dass es notwendig ist, aber es ist ein, es ist ein depressiver Punkt, finde ich, darüber nachzudenken. Das ist einfach diese Realisation, dass du, und eben, dass du jetzt in der Lage bist, theoretisch das komplette Medium besser zu verstehen, als es, als es spätere Generationen können und dass es für die immer schwerer sein wird, ähm, darauf zurückzukommen und eben auch die Tatsache, dass gewisse, weil, wenn du jetzt auf die Vergangenheit zurückblickst, so, das ist einfach normalisiert, dass du jetzt nur an diese, diese, ne, diese, diese Höhen, äh, drauf guckst. Aber diese Höhen sind halt auch für dich schon ausgesucht worden und du hast keine Möglichkeit, du hast teilweise keine Möglichkeit, diese anderen Höhen, die vielleicht da waren oder so, oder für dich da gewesen wären, zu, zu, zu finden. Und du musst dich auf andere Leute verlassen. Das wird halt bei Spielen mit der Zukunft auch immer, äh, immer mehr werden. Und ich finde, das ist persönlich auch, äh, äh, traurig drüber nachzudenken, dass das, wenn ich in so ein anderes Medium so tief eintauchen, äh, äh, wollen würde, wie in, äh, wie in, wie in Spiele, dass, dass es einfach nur schwerer wäre. Ich meine, klar, bei Filmen hast du eine größere Historie, aber, es stimmt schon, dass es, dass es, es ist wesentlich einfacher in, in Filmen eine allumfassende, du kommst, du kannst schneller dir einen allumfassenden Überblick aufbauen, als es bei, bei Spielen der Fall wäre, über die komplette Historie. Da würde ich, da würde ich definitiv, äh, würde ich definitiv zustimmen. Aber er hat ja Bücher auch nicht genannt als irgendwas, wo er es dann sagt, da wäre es halt einfacher. Ja, natürlich, du kannst es nicht, weil du tot bist, aber es ist ja trotzdem, sie waren ja trotzdem mal da und du hast keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Ich weiß, ich weiß nicht, wo das, ich weiß nicht, wo das irgendwie, wo das, wo das irgendwie schlimm ist, das aus der Sicht zu betrachten und darüber nachzudenken, weil es wird nichts wertend in diesem Beitrag genannt. Und da ist keine, keine Wertung drin, aber ich finde halt genauso, ähm, äh, genauso schade, dass es darüber nachzudenken, dass halt bestimmte Dinge einfach wegfallen und die fallen jetzt schon weg. Die Titel, die er genannt hat, sowas wie Alien Soldier und sowas, da musst du jetzt schon für kämpfen, die irgendwie in das kollektive Gedächtnis wieder reinzurücken. Äh, und, äh, wirst du das wahrscheinlich nicht schaffen und die werden dann einfach nur noch mit der Zeit immer weiter wegfallen und dann darüber nachzudenken, was, was an, an Kunst du wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen wirst, was dir vielleicht gefallen hätte oder was du lieben würdest und du hast keine Möglichkeit, da irgendwie dran zu kommen oder es ist einfach super schwer, überhaupt da irgendwie einzutrauchen ohne Referenzpunkten. Ja, ob Mozart nur der Drittkult zu seiner Zeit war, aber es einfach mehr klaut hatte. Ja, das ist also die Frage, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich habe auch zu wenig Ahnung von, von, von Musik, von Musiktheorien, von Musikhistorien, um das irgendwie eingrenzen zu können, aber der, quasi so der, der Gedanke ist natürlich jetzt irgendwie da. Das ist ja einfach nur das, ich verstehe, also das ist so, warum, warum sollte man nicht drüber, drüber traurig sein, dass du, dass du nicht etwas vollumfänglich erleben kannst. Das ist genauso, wie ich traurig darüber bin, dass ich nicht 5000 verschiedene, äh, verschiedene Möglichkeiten von, von Leben irgendwie durchgehen kann. Dass ich nicht irgendwie in den einen Referenzpunkt gehen kann, wo ich die Entscheidung getroffen hätte oder wo ich sagen kann, ich hätte gerne mal einfach die, wie wäre es, wenn ich mich fünf Jahre lang auf Speedruns fokussiert hätte? Wie wäre es, wenn ich, äh, die Erfahrung gemacht hätte, irgendwie in der FGC oder so, in das Spiel, in das Spiel, in das Spiel, in das Spiel. Wie wäre es, in den Sport einzutauchen, das Ding zu machen und sonst was? Du kannst dich nur auf gewisse Punkte festlegen und ich finde es genauso traurig, dass ich einfach mich nur auf, ich kann mich nur auf diesen einen Weg festlegen und ich kann nur bestimmte Dinge auf eine bestimmte Intensität Level erleben und irgendwie vollumfänglich erfangen. Du kannst nur so und so viele Sachen lernen, so und so viele Sprachen, so und so irgendwas und ich finde das fucking, und ich finde das in allen Bereichen scheiße, traurig und unfair, dass du es nicht, dass du es nicht vollumfänglich erledigst, dass es unmöglich ist, dass du es gar nicht erst die, die Möglichkeit hast dazu, dass du gezwungen bist, Dinge wegzulassen und auch das Wissen darüber oder zumindest die, den, den Verdacht, dass es Dinge gibt, die dir gefallen hätten, die du, die du vielleicht sogar mehr mögen würdest als andere Sachen, die dir vielleicht sogar Inspiration oder sonst was gegeben hätten, auf die du niemals kommen wirst, die du niemals finden wirst oder die einfach nicht mehr existieren und das finde ich generell einfach, das ist, darüber nachzudenken, finde ich, ist einfach vollkommen legitim, zu sagen, das ist scheiße. Good news, everyone. I have a convoluted and dated metaphor to explain. Games are like pennies in the take a penny, leave a penny tray. Some developers leave a cent behind, whereas others are just grabbing whatever they can. Growing up on restrictive JRPGs like Final Fantasy 7, I had initially assumed that the roleplay in RPG meant that players had to take on the role of a fixed character like Cloud, who despite having dialogue options from time to time, clearly had his own backstory and personality to some degree. In other words, my goal was to think like Cloud. It seems stupid now, but in my defense, I was only a kid at the time. Often, these kinds of choices are surface level, only having the bare minimum acknowledgement before resuming the prescribed route every player will take. Western RPGs were much better in this regard. They might be the first games to leave a penny instead of taking one, but my experience with them was more limited, and even so, they could sometimes be guilty of the same things. One overlooked aspect of the Souls series is its commitment to a single save file, which means that a player's action, or even inaction, can lead to dire permanent consequences. I'd be lying if I said I understood that from the moment I began playing Demon Souls, but it did manage to pull me in and make me take it more seriously than usual thanks to its grounded tone and punishing checkpoints. Over time, I came to understand that my actions really were affecting the world to some degree because rescued NPCs would appear in the Nexus. Having that experience behind me, when Dark Souls rolled around, you better believe I took every choice seriously. It's RPGs like Fallout, or maybe even adventure games like Zork, which deserve credit for pioneering this approach to choice and consequence. That lineage continues through spiritual successors, but nowadays these ideas might be best represented by games like Undertale, or one-shot. Wherever it happens, we all know that narrative divergences based on a player's actions can be engaging, but my penny analogy isn't really about any single game. I'm saying that these developers left a penny because their games have a positive effect on the entire medium. Without prior knowledge, it's impossible to know whether or not a game will honor decisions before playing it. Once you know that a thoughtless response to dialogue really can lead to drastic consequences, you're more likely to be cautious next time, even if you're playing an entirely different game. In other words, anyone who plays a game with choice and consequence ironically has no choice but to assume their decisions will matter in the next game they play, even if those two games are unrelated. Other media have a similar duality with good and bad endings. If every film had a happy ending, then there'd be no stakes. We need the downers, not just to explore that side of life, but also to make the happy endings more meaningful. Likewise, games which present the illusion of choice and consequence are simply taking pennies. they're riding on the coattails of others because if those other developers didn't go to those extra lengths, then everyone would see through the illusion. We mainly play along because we've been conditioned by those games which punish or reward certain choices and in so doing, they leave a penny for another game to take. This is, I think, the only one in the video, which I don't like, which I don't like, but that's just because of that, that I, that I, that I choice in, 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 just generally very uninteressant find. So, I, 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 I have not never understood, why people so on the deck go, because of the Mass Effect end. That's, Mass Effect end I just like, just like, just like, Mass Effect 3 find I just like, just like, just like, the Bioware so said, oh, the Entscheidung over the whole Trilogie and am Ende is it just like, the Farbe of your fucking Laser, the you beeinflusst. That was I just like, just like, but that was mir scheißegal. There was no investment in it. And also, in other things, it's just like, oh yeah, my, my, my Entscheidungen have no Auswirkungen gezeigt. Oh, give the shit, ehrlich gesagt. It's me so egal. I find that's interesting, when you so Spiele wie Visual Novels hast, wo du verschiedene Enden durchgehst, wo du halt einfach siehst, was wäre passiert, wenn der Charakter das jetzt gemacht hätte oder wenn die Entscheidung anders gewesen wäre. Aber dieses meine persönliche Entscheidung und das, was ich gemacht habe, hat das jetzt beeinflusst. Das einzig Interessante finde ich, ist, wenn es unterbewusst passiert. Sobald ich darüber nachdenke, sobald eine Dialogentscheidung kommt, denke ich nicht darüber nach, was ist jetzt irgendwie das Interessante oder so, sondern wie so, dass ich das bekomme, was ich haben möchte. Und das ist uninteressant. Das sagt nichts über mich als Spieler aus, das sagt nichts darüber aus, wie ich in der Situation irgendwie wäre. Ich muss kontinuierlich dann irgendwie dagegen ankämpfen, das, was ich eigentlich so, oh okay, das ist das, was ich jetzt eigentlich haben will, aber realistisch würde ich wahrscheinlich so oder so agieren. Das heißt, ich muss gegen meinen eigenen Instinkt die ganze Zeit immer ankämpfen. Und das ist für mich etwas, was vollkommen uninteressant das. Das ist für mich scheißegal. Undertale ist noch cool, weil es so ein bisschen damit eben spielt und dann die verschiedenen Routen und sowas hat. Aber dieses so Walking Dead hat jetzt meine Entscheidung nicht und ich habe das und das gemacht und das hat meine Entscheidung nicht genommen. Oh fucking who I don't care. I don't give it und ich kann das nicht auf keinster Weise nachvollziehen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, warum Leute da so vehement dahinter her sind, wo ich das Gefühl habe, hast du überhaupt Spaß an anderen Geschichten? Hast du überhaupt Spaß an Filmen oder Büchern? Muss es immer die Gänsehaut Choose Your Own Adventure Book sein? Kannst du ansonsten nichts anderes irgendwie genießen, weil du keinen Einfluss auf die Handlung haben konntest? Weil es ist genau dasselbe. Es ist für mich genau dasselbe. Ob jetzt ein Entwickler mir was vorgaukelt oder nichts macht, es führt für mich zur selben Erfahrung am Ende. Das ist nachher genau die gleiche Geschichte und dieses Oh, da habe ich gedacht, da hätte ich Einfluss drauf haben können. Okay, hatte ich halt nicht. Wo gibt es das Shit? I don't care. Das Einzige, was ich mag, ist, wenn es durch Gameplay passiert. Wenn es einfach so, es gibt ein, keine Ahnung, durch eine Challenge kann ich ein gutes Ende erreichen, weil ich jetzt den schwereren Weg genommen habe und es war spielerisch eine andere Herausforderung. Aber einfach, ich habe den richtigen Dialog gewählt. I don't fucking care. Das ist immer so. Das Problem ist, wenn das Spiel dir kommuniziert, dass du Einfluss hättest, dann fühlt es sich halt nur verarscht. Ja, aber das ist auch etwas, I don't give a shit. I don't. Das Spiel kann mir auch suggerieren, dass ich auf alles Einfluss hatte und dann bin ich trotzdem, weil das etwas ist, was mir in Spielen egal ist. Das Einzige, was ich interessant finde, ist, wenn ich nicht wusste, weil eine Entscheidung kann nur natürlich sein, wenn du nicht wusstest, wie es dich wirklich beeinflusst. Du kannst nur natürlich handeln, wenn du nicht wusstest, weil dann kommt am Ende wirklich so Oh shit! Oh fuck! Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und deswegen habe ich so und so agiert. Wow! Das kann halt interessante Sachen in dir vorrufen. Ich meine, es gab auch die Aussage von Ken Levine, wo ich eigentlich auch zustimme, dass die Konsequenz einer Entscheidung nicht so interessant ist, wie das darüber nachdenken. so dieses mehr darüber nachdenken, aber wenn du halt das darüber nachdenken nur aus einer Spielsicht, so wie kriege ich das beste Ende und weniger so Oh, was wäre vielleicht, wie würde ich mich entscheiden, was ist die moralisch bessere Entscheidung oder bla bla bla, weil ich habe das Gefühl, in Spielen betrachtet man das immer so als ich wollte das gute Ende und jetzt ist wer gestorben und jetzt bin ich sauer, so irgendwie betrachten und nicht irgendwie alle führen zum gleichen Ende, aber das, was sich geändert hat, als vielleicht irgendwie, wie bin ich moralisch mit einer Situation umgegangen. Das finde ich, ist das viel Interessantere, ob am Ende die Konsequenz gleich war oder nicht, ist doch scheißegal, ehrlich gesagt. Im echten Leben ist es ja genauso. Da hast du ja auch Momente, wo du kannst zwei Entscheidungen treffen und die führen für dich am Ende zum selben Ergebnis, aber sind vielleicht ein bisschen unterschiedliche moralische Eingrenzungen oder so und dann darüber nachzudenken, okay, das finde ich tausendmal interessanter als irgendwie, oh mein Gott, ich habe jetzt A gewählt und deswegen hat Spiel B gemacht, aber wenn ich B gewählt hätte, dann hätte ich Spiel C gemacht. Das ist, I don't give a shit. Wirklich nicht. Das finde ich, ist so die, das ist so die, finde ich, so eine langweilige, das ist halt, dafür spiele ich nicht. Da kann ich ein Choose Your Own Adventure Book machen. Also ich finde das interessant, ich finde das halt cool zu sehen in so einem Spiel wie Detroit, wo es einfach 5000 Wege geben kann oder Ask Dusk Falls und dann zu gucken, ah okay, wie hätte das irgendwie sein können, aber ich betrachte das nicht aus wegen, oh, die Entscheidung hatte keinen Einfluss, sondern, oh, es ist cool, in was für Situationen ich hätte kommen können und, oh, wie komme ich denn an diese Situation dran? Das finde ich interessant, aber dieses, oh, das Spiel hat meine Entscheidung nicht genug beeinflusst und ich konnte das Ende nicht so stark beeinflussen, so, Das wirklich Unmögliche zu akzeptieren ist das einzig gesunde Mindset, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich finde das ist eher so, das ist eher so, das Aufgeben, so, dass du dann sagst, ja okay, ich kann nichts dran ändern und weil ich nichts dran ändern kann, ist es so, darf ich nicht drüber nachdenken, weil dann, das ist so, die einzige Möglichkeit mit dem Tod umzugehen ist einfach zu sagen, yo lol, who gives the shit und das finde ich irgendwie auch, keine Ahnung, das finde ich irgendwie auch eine uninteressante, so, du solltest dich davon nicht paralysieren lassen oder so, das ist auf gar keinen Fall, aber einfach sozusagen so lol, who cares, äh, keine Ahnung, weil das, weil zu sagen, who cares, finde ich, führt nie zu interessanten Sachen, das ist so, keine Ahnung, weiß ich nicht, das kann ich auch auf andere Punkte beziehen, dann kann ich auch sagen, ja, warum sollten wir, warum sollten wir um irgendwas in der Zukunft kümmern, weil ich ja höchstwahrscheinlich alleine nichts daran ändern kann, also soll ich einfach, soll mir einfach alles egal sein und dann, dann kann ich einfach, äh, nur egoistisch für mich leben, weil der Rest interessiert ja eh nicht und wir verrecken ja sowieso alle und warum sollte ich mich dann um andere Leute kümmern oder um sonstige irgendeine Zukunft, weil danach bin ich ja eh tot und das kann mir halt scheißegal sein. Das ist halt, das ist, das ist so das Ding, wo ich dann, wenn du den Punkt weiterführst, dann kommst du halt irgendwo dahin. So, ja, für deinen mentalen Zustand ist das vielleicht sogar gesünder, einfach zu sagen, fick alle andere, ich bin die einzige Person, um die es, um die es geht und alle anderen sind mir scheißegal. Das ist wahrscheinlich auch objektiv die mental gesündeste Methode und wahrscheinlich auch das, wo du mit, wo, wahrscheinlich bist du wesentlich glücklicher, wenn du einfach diese, 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 diese Road irgendwie fährst, aber ich würde nicht sagen, dass es die bessere ist. Äh. Es gibt aber schon einen Unterschied zwischen metaphysisch unmöglich und, äh, und theoretisch unmöglichen Dingen. Ja, trotzdem. Aber es ist ja, nur, nur weil etwas, nur weil etwas metaphysisch unmöglich ist, ist es ja trotzdem nicht, finde ich nicht, nicht, nicht wichtig, darüber nachzudenken und daraus andere Schlüsse zu ziehen. Äh, ich habe mich letztens bei Long Dark, äh, so betrogen gefühlt, als ich mir super viele Gedanken über die Rettung einer Person gemacht habe, mich richtig angestrengt habe, das so schnell wie möglich zu tun, nur um dann später in der Handlung herauszufinden, dass mein Spiel überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas hatte, das hatte mich, das hatte mich richtig gebrustet. Äh, ja, das kann ich, das kann ich, glaube ich, nachvollziehen, aber das ist auch, glaube ich, dann vielleicht aus diesem, ich mag, ich hatte es halt eher, wenn es aus den spielerischen Komponenten kommt, weißt du, als ob du dich halt irgendwie anstrengst, etwas zu machen und nachher findest du raus, ich hätte auch einfach in der Ecke stehen können und nichts machen. Ich hätte einfach nur Block gedrückt halten können und dann wäre es halt irgendwie vorbei gewesen. Und ich habe mich halt angestrengt, die ganzen, die ganzen Ressourcen und das beste Ranking oder so zu holen und dann war es halt, lol, egal. Das ist halt so, ich fühle mich dann beim, ich fühle mich vom, vom Ranking System von Babylon's Fall verarscht, beispielsweise. Aber das ist dann einmal und dann ist es halt wieder gut. Aber es ist bei mir halt wirklich mehr die spielerischen Aspekte, so rein auf die Story bezogen, finde ich, ist es mir so egal immer. Betrogen habe ich mich, also von einem Spiel in der Handlung betrogen, habe ich mich wirklich nur, also gefühlt habe ich nur bei Heavy Rain. Heavy Rain, wie der Twist geführt wird, das war halt, das hat nichts mit Entscheidungen zu tun, das war einfach nur, ich habe mich vom Spiel angelogen gefühlt. Das Spiel hat mich auch angelogen. Das Spiel hat mich effektiv angelogen in einem an sich so Mystery Thriller und wo ich so selber drauf kommen könnte, vielleicht bla 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 und das Spiel lügt dich einfach an. Das ist der Scheiß, den ich nicht mag. Du kannst das Unmögliche akzeptieren, aber du kannst trotzdem traurig darüber sein. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Das schließt sich einfach an, wenn du diese Videos vorst und ich empfehle mich mit meiner Ocarina of Time Video erstellen. In this Video, ich werde darüber sprechen über Majora's Mask in-depth, so spoilers für die ganze Game will follow. Sie sagen, dass jeder Körper in deinem Körper ist verplaced über die course of 7 Jahre. Das ist ein Exageratio, aber es ist ein guter Exhaust zu praise meinen Majora's Mask Review, denn es war praktisch gemacht bei einem anderen Person. As far as ich bin, die most salient point in der God of War Case Study war das der Amount der Effort in die muss nicht es 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 Wann Es und ich glaube, die die ist, aber you , auch oder , du nicht an Ich , die an an die it is. At the time I made this video, it had by far the most work put into it per minute of any video up to that point, but the end und zu diesem Tag, ich denke, dass ich das ideal war. Wenn ich meine Majora's Mask jetzt mache, ich hätte wahrscheinlich fünfmal mehr als viel effort in die ich dann habe, aber der Ende der Resulte hält gut, ich denke. Daher ist ein bisschen von Serendipität hier, weil Majora's Mask selbst war in ein blisteringly fast timescale als mit der Zelda-Games, aber es, auch, hält gut. Die bit nach dem Ende meiner Review, wo ich die Final Hours' Musik über die Atmosphäre und die Qualität als Sequel ist etwas, was ich sicherlich zu haben, und wahrscheinlich ist es die Videos' Existenz von sich selbst. Mehr importantly für mich, das war die Moment, wenn ich meine Reviews könnte reflekt die Game they talked about, was ich versuche, dass ich in die Möglichkeit habe. Es ist nicht ein Coincidence, dass der Sonic Dreams Collection ist auch wirklich lustig, oder dass Nobinobie Boys' Intrusion auf Death Stranding kann sich als Quantum Brow bezeichnet. Es ist ein ganzes Challenge, zu versuchen, die Essence der Gänse durch eine Analytische Format, aber es ist wichtig, nicht zu streben in die Territory. Otherwise, the analysis becomes a pale imitation of the thing it's discussing. Even the most immaculately crafted exploration of a game's standout element could never substitute for actually playing that game. The real value of analysis is just to put vague concepts into words, because words are like a mental handhold. Once you get a grip of something using language, that grip feels more secure somehow. Even so, no matter how much a game might be understood on an intellectual level, there remains an ineffable qualia provided by interactivity, which can't be experienced second-hand. Don't fool yourself into thinking otherwise. Anyway, the delusion that more work leads to a better product can be so strong I wouldn't be surprised if at least some of the Majora's Mask team refused to believe it's actually as good as fans say. Even if they feel that way, they'll probably never admit as much, which is a valid course of action. As you might imagine, I've been doing this job long enough that I'm not entirely happy with some of the things I made in the past, but as long as I don't say what I don't like about them, then your perception won't be tainted by that knowledge. This is just baseless speculation, but maybe with an extra year of development, all those Ocarina of Time NPCs would have been replaced by fresh character models. It's not hard to imagine them second-guessing that decision if given more time to think about it, but from my perspective, that would be a tragedy. Seeing those familiar faces in a different situation only adds to the unsettling atmosphere. Similarly, maybe you like something about an older video of mine that I don't. Maybe you think I lost my way somewhere. Given the sheer number of people I've attracted over the years, there must be at least one former fan who no longer cares enough to even watch this video. I would tell them there's no hard feelings, but they'll never hear this anyway. No matter which direction you go, you lose some people along the way. Trying to avoid that just leads to stagnation, which eventually has the same result. The way I see it, if there's no hope of holding on to everyone, then there's no point worrying about it. That's one reason why I like the Zelda series so much, because even though some installments resonate more or less with me, they always seem willing to alienate a portion of the audience in pursuit of something better. Speaking from experience, I can say this isn't done out of malice. Some people just prefer to challenge themselves. That desire for improvement is part of what draws us to games in the first place. If you've ever wondered, I don't find criticism to be creatively satisfying, which might explain why I've resorted to a weirder format like this one. That said, regardless of how I feel, criticism is creative work. It just unfortunately happens to be creative work where the creativity is the least important part. Some clever editing or a well-timed joke might help a viewer pay more attention, but it's the observations and explanations that count at the end of the day. In case you haven't figured it out, this is advice for you aspiring analysts out there. Good analysis doesn't have to be difficult to read or watch, but it will sometimes be difficult to make. Steer away from that difficulty too hard, and you'll end up with plenty of style but no substance. Here's a dirty secret about creativity. Much of it is just seizing on connections you don't really feel responsible for. You might be wondering why you're watching Futurama right now. Brace yourself for this one because it's gonna blow your mind, unless you're re-watching the video, in which case you already know what I'm about to say. Futurama was the inspiration for microvideos. It had nothing to do with WarioWare in the beginning. Back in 2017, I was watching this Anthology of Interest episode, which is a series of short stories. You watched it. You can't unwatch it. Stay tuned for more Tales of Interest! Not only was WarioWare not the inspiration, it wasn't even planned to be in the first collection. Initially, I was going to split them into sets of five, and WarioWare was about the eighth or ninth one I wrote. In the end, I changed my mind, thinking that a longer runtime would help the micro-video concept shine. If I hadn't made that decision, then this whole thing wouldn't have kicked off with Wario. Hard to even imagine that now. That was a little difficult to admit, because it's probably going to have an effect on how you view all this, but let's break down what actually happened. First of all, it's not a blind coincidence that I wrote a micro-video about WarioWare of all things. I had wanted to do a recommendation of it for quite a while, but didn't feel there was enough material to write a longer script. At the same time, I also wanted to squeeze in a recommendation as a micro-video, because recommending stuff is one of my favorite parts of the job. WarioWare is obviously the perfect fit, which didn't take me long to figure out. It was only when I decided to go beyond five videos at a time that all the pieces fell into place. Now, WarioWare was part of the first collection, and the question was what the track listing should be. Maybe it should be a really short one that goes in the middle as a sort of rhythm breaker, or maybe it should be the very first one. Cut and paste Wario to the top of the script, and suddenly the light bulb moment happens. Voila, Mega Micro Videos is born. Apart from the fact that it all started with Futurama, each step in the chain is logical, and yet in a way, it feels tremendously lucky. As if that wasn't enough, the Katamari closer wasn't part of the initial plan either. Originally, I was going to close on Zero Time Dilemma, but decided to delay that one as Mega Micro Videos 2 was conceptualized. Katamari happened to be the last one left, partly because I ordered them in what I consider to be ascending levels of spoilers. Most people know how the final levels of a Katamari game play out by now, but I figured if I could preserve it as a surprise for at least one person, it was worth saving until the end. Again, I realized how appropriate it was to tie everything up into that Katamari observation about combining Order and Chaos, but the process which took me there seems a little meandering. If you're not a creatively-minded person, this must sound like a damning condemnation of myself. I must be a woeful hack who just stumbled his way into something good. That is, assuming you think Mega Micro Videos is good in the first place. If not, I have to wonder what you're still doing here. Really, though, I'm just exposing something that exists everywhere. If you think less of Mega Micro Videos now that I've divulged those secrets, then you should be prepared to think less of everything you've ever consumed. A similar event must have happened at least once in the making of your favorite game. If I had to bet, I'd say that any creator putting in the time runs up against a situation like this every day, if you define it broadly enough. We can't control the circumstances around us or the connections formed in our own minds, so all that's really left is just seizing the good while letting the bad drift away. I think the most important skill to making something worthwhile is just recognizing when you actually have something good. If you know your work is subpar, you're driven to improve it. If you know it's acceptable, you won't throw it away. Repeat that self-reflection process enough times, and the other details hardly matter. You might not end up with what you expected, but at least you end up with something good. Maybe something better than you imagined in the first place. Anyway, I'm thankful for the process which led us here, but before I finish rolling up this Katamari, I want to say what I think is the most important thing you'll ever hear. Please remember to like, comment, and subscribe. I think it's always interesting that this was originally thought of as the final video on the channel, until that Context Sensitivity has at least once again brought out. What is also very clear when you see this seven years earlier. So, then it's, I think, very, very, very clear why he then went into the development of the game. We did it, Reddit. Oh, Micky, we haven't even heard about these last two episodes. What do you think? What do you think? Oh. That's just, that's just, I mean, I mean, I have, I have, I have Qualität oder einfach nur wegen der Betonung von mir eben und wie ich finde, dass das für mich zumindest besser geworden ist. Und ja, das ist es auch, glaube ich. Aber das ist, wenn du da irgendwie so drüber zurückgehst und wie du dann die Dinge auswählst und das ist auch teilweise ja auch so, dass ich so, ich habe Videos, wo ich dann Ewigkeiten dran sitze und du hängst dann dran und an jedem Wort und du änderst dies und das und sonst was und bla bla bla. Und teilweise ist es auch das, was das Video braucht und teilweise verrennst du dich einfach nur und dann ist es auch manchmal wichtig zu erkennen, dass du bei der Arbeit halt nicht den, klar, für den monetären Erfolg ist das meistens nie gut, aber wenn du halt selber nachher mit einer Arbeit unzufrieden bist, zumindest schon, wenn du das rausbringst und du bist unzufrieden und nachher bist du halt auch unzufrieden, dann es ist manchmal halt auch besser gewesen, einfach Sachen wegzuwerfen oder halt zu gucken, dann komme ich halt nochmal später drauf zurück und ich erzwinge das jetzt nicht. Aber es gibt halt auch Videos, wo ich das, ich meine, bei Evil Within 2 ist es halt so, ich habe das in einem, also für die Videolänge und was da drin ist, habe ich das in einem relativ kurzen Zeitraum gemacht. Also ich habe ja das Spiel, glaube ich, im Dezember 2019 gestreamt. Im Dezember 2019 gestreamt und dann habe ich selbst nochmal einen kompletten Playthrough gemacht, um das Footage, was ich für das Video benutzt habe, aufzunehmen. Also habe nochmal 100% in dem Spiel eigentlich geholt und das war, glaube ich, Ende Dezember. Und das Video, meine ich, kam am 11. Januar 2021 raus. Das komplette Skript habe ich innerhalb von unter einer Woche geschrieben. Und auch kontinuierlich. Ich bin halt wirklich dabei geblieben und ich habe da zwischendurch keine Pausen gemacht. Ich habe halt wirklich in drei oder vier Tagen das komplette Skript geschrieben, das editiert und bearbeitet, eingenommen. Und ich würde sagen, nur die von dem Moment, wo ich, wo ich, glaube ich, das Spiel, zumindest, sagen wir mal, mit dem Skript angefangen habe. Skript bis Videoende waren weniger als zwei Wochen. Und das ist verdammt schnell für so eine Art von Video und von der Länge und viel Gedanken da eben drin. Viel davon habe ich auch im Vorfeld an Gedankenarbeit ja schon geleistet und war halt schon fest im Kopf verankert. Aber auch an dem zweiten Punkt, auf dieses zweite Ding, viele dieser Connections und Ansätze, die kommen dann halt auch teilweise erst in dem Moment. So, du schreibst über Dinge und auf einmal fällt dir überhaupt erst so was Neues, was Neues auf oder hinzu. Und auf einmal bist du, oh ja, stimmt, ja, habe ich denn vorher nie den Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen gesehen. Und das ist immer noch das beste Video, was ich in meinen Augen gemacht habe. Und es gibt Videos, der, ich meine, ich mag auch das Last of Us Video beispielsweise oder das Onimusha Video. Aber hätte ich jetzt für beide wirklich so lange spielen müssen, hätte ich Onimusha wirklich in drei Versionen, ich habe das auf der PS4, auf der Xbox One und auf der PS2 und auf der Xbox durchgespielt. Und auf der Xbox One sogar dreimal für die 100 Prozent. Hätte ich das so oft durchspielen müssen, so viel Zeit, um so das Level an Qualität zu erreichen? Ich weiß es nicht. Also vielleicht hätte es auch irgendwie kürzer. Also vielleicht hätte ich auch nicht so lange am Skript arbeiten müssen und Dinge ausprobieren oder sonst was. Oder es gibt Videos, wo ich halt sehr viel länger im Editing oder so gebraucht habe. Und es gibt Videos, wo ich sage, das hat sich gelohnt. Das ist vom Editing her halt hervorragend geworden. So ein paar Ideen, die ich hatte, beispielsweise in dem Draken Guard Video. Ich finde immer noch diese Grafiken, Animationen, die um das Rhythmusspiel zu erklären, das finde ich, das hat sich vollkommen gelohnt, die Zeit da reinzustecken. Und das hat das Video besser gemacht. Und es gibt ein paar andere Dinge visuell, wo ich halt heutzutage denke, das könnte ich sogar besser machen oder irgendwie so ein Fluff, den ich nicht mehr machen würde. Und ich habe einfach zu viel Zeit damit irgendwie verbraucht oder so. Das ist, glaube ich, das Schwierige, das für sich selber rauszukriegen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht dieses... Ich meine, ich würde auch gerne meine eigenen Sachen oder so machen, aber für mich ist die Arbeit erfüllend genug. Sagen wir mal so. Ich finde mich nicht wieder in diesem Analyse und sowas. Es ist für mich halt irgendwie kreativ nicht genug. Da bin ich halt an dem Punkt keine Ahnung. Vielleicht kommt man da irgendwann, vielleicht komme ich da irgendwann hin oder so. Aber für mich ist das so das, was ich mein restliches Leben machen möchte. Und eigentlich nur versuchen, besser darin zu werden und möglichst viele Dinge in dem Feld zu erreichen. Das ist eigentlich so für mich meine Berufung, die ich gefunden habe. Es gibt auch ein paar andere Dinge, die ich nebenher machen möchte. Es gäbe in dem Feld gerne Dinge, die ich machen würde. Ich würde gerne endlich auf ein hervorragendes Level an Japanisch-Kenntnissen kommen, um das dann eben auch zu benutzen, um weitere Spiele Leuten eben zeigen zu können. Um vielleicht auch von einem gewissen Titel, den außer mir keiner beachtet und den ich wichtig finde, eine Fan-Übersetzung von zu machen und dann da eben auch zu lernen, wie ich dann das selber eben auch diese Texte und so einen Scheiß einfüge. Ich hätte... Es gibt ein paar ein, zwei Ideen, wo ich sage, das würde ich auch gerne ein Spiel oder so umsetzen, aber ich muss mich erst mal auf eine Sache fokussieren, um in der Sache erfolgreich genug zu werden, dass man die anderen Sachen eben auch erlauben kann und dann sehen wir weiter. Ja, Aufspiel ist schrecklich. Ich meine, du kannst es halt mit dem Video machen, was ich auch da gezeigt habe. Mit dem Video geht das. Du musst es halt einmal sinken zwischen dem Video und dem Spiel und dann kannst du einfach auf das Video gucken und da die Noten drücken und dann ist es halt wie ein Rhythm-Game. Ja, ich glaube, man sieht am Ende immer so, was sind sonst noch Videos oder Sachen, die Björn in letzter Zeit gesehen hat. Was ich immer halt sehr liebe, sind Videos, die ich gerade erst geguckt habe, wie dieses Not-Saved-For-Live-Video. Oder halt das Jordan Petersen, das was ich irgendwie viermal, das ist ein Comfort-Food-Video. Das ist halt eins, was ich, das so lange ist, dass ich bestimmte Aspekte daraus wieder vergesse und dann kann ich das einfach wie ein, so Hintergrundbeschallung einfach für drei Stunden was laufen lassen, während ich arbeite. Das ist so gut, das Video, wirklich. Ah. Was ist, was ist deiner Meinung nach den schlechtesten Ja, 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 das, das definitiv. Ich meine, man könnte mal, warte mal, man könnte gerade mal tatsächlich, tatsächlich durchgehen. Oh, ich glaube, das wäre, warte mal. Uh, ich glaube, das könnte interessant, ich glaube, das könnte interessant sein. Ich glaube, das könnte interessant sein. Uh, warte mal, warte mal, warte mal. Gehen wir mal drauf. Kann ich das noch Kann ich das noch, äh, meine, meine Artikel nach Tests Warte mal, Übersicht Nein, wo ist die Einteilung? Eurogamer, was habt ihr mit eurer Seite gemacht? Oh, fuck. Es gab doch, es gab doch früher mal Jetzt haben sie das nach, jetzt haben sie das nur noch zeitlich geordnet. Hi Björn, schön dich mal wieder live zu hören. Dieter, vielen Dank für die 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Freut mich auch, dass ich wieder live bin. Oh. Das Video geht ja fast zwei Stunden. Ja, drei Stunden, aber das ist auch super. Doch. Sehr gut.